Aber das ist schon sehr weit weg von so einem Jesus, der sagt, halt ihm die andere Wange hin und liebe deinen Nächsten. Ja, ist was anderes. Diesen Pro-Israel, mit dem Judentum können sie nichts anfangen. Christlicher Zionismus spielt eine riesige Rolle im Nahost-Konflikt. Aber ich schau schon mal, Thorsten, wir hatten ja ein tausendjähriges Reich. Und dann kommen sieben Jahre Endzeit. Nee, nee, davor. Ja, Moment. Das war jetzt ein bisschen durcheinander. Nein, nein, weil je nach System. Je nach System. Herzlich willkommen zu Das Wort und das Fleisch. Heute die zweite Folge zum Zionismus. Beim letzten Mal haben wir über den Zionismus an sich und die vielen Zionismen und so weiter im Jüdischen gesprochen. Diesmal geht es um den christlichen Zionismus. Und das ist sehr spannend. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Die Rückkehr des jüdischen Volkes ins Land Israel ist eines der größten Wunder unserer Zeit. Das habe ich in unserer letzten Folge irgendwie anders gehört von dir, Thorsten. Egal. Über viele Jahrhunderte hinweg sahen Christen anhand biblischer Verheißungen dieses spannende Ereignis voraus. Sie sprachen, schrieben und lehrten über die Wiederherstellung Israels. Heute nennt man sie christliche Zionisten. Ein Zitat von der internationalen christlichen Botschaft Jerusalem. Die christlichen Zionisten, eine Strömung innerhalb des prototantischen Spektrums, des evangelikalischen Spektrums. Das ist das Thema und ich bin extrem gespannt, wo es losgeht, wo es uns hinführt. Das Schönste fand ich die folgende kurze Definition. Der christliche Zionismus ist prämilianistischer Dispensationalismus. Entschuldigung, ich muss es noch mal sagen. Ich freue mich so, das zu sagen, weil ich weiß, es ist genau deine Welt. Ja, ich liebe das so. Ja, das ist es. Der christliche Zionismus ist prämilianistischer Dispensationalismus. Ja, ist das nicht fantastisch? Damit haben wir fast schon alles gesagt, Thorsten. Ein bisschen fehlt noch. Ja, da sind wir jetzt, ich sag mal, jetzt haben wir wieder Heimspiel. So, jetzt das Zionismus haben wir, wir haben viel gearbeitet. Es ist wichtig, sich da auszuerkennen. Wir haben da eine lange Folge zu gemacht. Ihr habt hoffentlich gemerkt, den Zionismus gibt es gar nicht. Wenn Menschen Antizionisten sind, sollte man sehr genau sie mal befragen, was sie sich da vorstellen unter Zionismus. Ob sie da Klarheit im Kopf haben und so. Und wir haben da Übersicht hergestellt, weil erst dann macht es ja Sinn, vom christlichen Zionismus überhaupt auch nur zu reden. Es gäbe keinen christlichen Zionismus ohne, ja, diesen jüdischen, israelischen Zionismus. Christlicher Zionismus ist jetzt, man könnte jetzt erstmal sagen, wer braucht das so sehr sektierisch. So, das ist doch jetzt irgendwelche kleinen Sondergruppen und irgendwelche Spezies oder so. Also, na, ohne christlichen Zionismus wäre die Weltpolitik der letzten 60, 70 Jahre auch anders gelaufen. Das würdest du sagen? Ich würde schon, also man weiß es natürlich nicht, aber christlicher Zionismus spielt eine riesige Rolle im Nahostkonflikt. Weltweit und die heutigen Sympathien und Antipathien auch gegenüber Israel haben sehr viel zu tun mit dem amerikanisch-israelischen Verhältnis. So, dieser Eindruck vieler, sag ich mal, in der globalen Welt, dass Israel eine Art amerikanischer Vorposten ist, hängt mit dieser besonderen Beziehung Israel-USA. Diese besondere Beziehung Israel-USA, die stand nicht in den Sternen. Sie ist ganz wesentlich vermittelt über, ja, das, was wir christlichen Zionismus nennen. Und diese Geschichte werden wir ausführlich erzählen. Diese Geschichte wird in Großbritannien beginnen. Sie wird überwiegend in den USA spielen. Sie berührt die ganze Welt. Es ist auch eine evangelikale Geschichte, ganz klar. Da haben wir ja, sagen wir mal, gewisse Kompetenzen, würde ich jetzt mal schlicht sagen, durch Lektüre und Leben und was wir alles sonst so gemacht haben. Und da können wir, glaube ich, manches Spannende zu beitragen. Ja, das glaube ich auch. Ein großes Thema. Ja. Und irgendwo muss man anfangen. Und die Anfänge bei dem Thema, du hast gerade die Zitat gebracht, immer schon haben Leute irgendwie gesehen und gehofft und so. Also da werden wir jetzt keine tierisch lange Spurensuche betreiben. Man kann 2000 Jahre durchforsten und du findest immer interessante Zitate und so. Aber mehr oder weniger in der alten Kirche ist klar, Israel ist durch, Israel ist raus. Israel spielt für Gott keine Rolle mehr. Das Normale in der Christentumsgeschichte ist eine Art Ersatztheologie. Die Kirche tritt an die Stelle von Israel. Die Kirche ist das neue Volk Gottes und Israel hat ausgespielt, es gibt keine Heilsgeschichte Gottes mehr mit Israel. Das ist das Normale. Kleine Variationen würden sein. So, das ist bis zur Reformation die komplette Normalität. Auch die Reformatoren sind davon überzeugt. So, und es sind dann überwiegend im, ja, sich ausfransenden Protestantismus an seinen Rändern einzelne, die da Ideen haben. Ich nenne jetzt nur mal zwei, ne, also im 16. Jahrhundert bereits gibt es einen Francis Kett, so. Der hat in Norfolk gelebt, ein Buch geschrieben und so. Und der schreibt im 16. Jahrhundert schon so Sachen Rückkehr der Juden nach Israel. Er findet das irgendwie in der Bibel. Und die werden einen jüdischen Staat gründen und ein Land Israel quasi neu begründen. So, der hat dann aber keine Preise gekriegt, ne, der wurde vom Bischof von Norwich wegen Heresie verurteilt und 1589 auf dem Scheiterhofen des Schlossgrabes von Norwich verbrannt. Da war Israel-Liebe noch teuer, ne, also der hat seinen Preis bezahlt. Aus heutiger Sicht steht er gut da, ne. Das ist ein bisschen krass, 16. Jahrhundert, aber so ist es, der Bischof von Norwich möge in sich gehen. Es kommt auf die Sicht an, die heutige Sicht an, ja. Nein, dass das in der Bibel steht, ist echt eine Glaubenssache, ne. Aber da kommen wir ja noch ausführlich. Na gut, es steht ja schon was drin. Die Frage ist, worauf bezieht es sich, ne. Ja, naja, das werden wir ausführlich tun, ne. 17. Jahrhundert, wir nennen einen Puritaner, Thomas Brightman, schottischer Puritaner. Puritaner waren diejenigen, denen die englischen Kirchen nicht konsequent reformiert genug waren, die Anglikaner schon mal gar nicht. In Schottland haben wir ja presbyterianische Staatskirche, Puritaner waren da eine extra Heiligungs- und Reinigungsbewegung. So, und der ist auch davon überzeugt, dass die Juden irgendwann zurückkehren werden in ihr Land. So, und das Normale, was viele eigentlich, also das ist jetzt schon weit verbreitet. Die Erwartung, dass die Juden sich so am Ende der Welt vielleicht nochmal bekehren, das ist ja wirklich, das kannst du so aus ein paar Paulus-Verse irgendwie quetschen. Also, dass sie sagen, Jesus ist auch unser Messias. Genau, genau. So, aber nee, er sagt, dafür ist am besten auch wirklich wichtig Wiederherstellung des jüdischen Volkes in Israel, im Land. So, und das wird dann so eine Idee, die wabert jetzt durch die Zeit. Und die haben viele, aber es ist auch irgendwie so ein Gefühl, ich verstehe das in der Bibel so, ja, ich nicht und so. Da müssen wir jetzt auch nicht mehr wahnsinnig drauf rein. Diese ganze Geschichte nimmt im 19. Jahrhundert Fahrt auf. So, und jetzt müssen wir uns ein paar Namen merken. Können wir, ja? Ist es soweit? Ja. Reden wir jetzt über John Nelson Darby? Ich würde vor Darby jemand anderem gerne nochmal ein bisschen zu mehr Bekanntheit verhelfen. Das steigert die Vorfreude. Edward Irving ist der wichtigste Game Changer und Inspirator für viele christliche Strömungen, den fast keiner kennt. Und ich finde das so witzig, Edward Irving. Edward Irving? Edward Irving. Du kennst ihn, du bist alter Hase. Nester Typ. Ich glaube, ganz viele kennen keinen Edward Irving. Man muss bei dem jetzt sehen, der hat in den frühen 20er Jahren, 19. Jahrhundert, ist er so in Kreisen unterwegs, die sind irgendwie unzufrieden mit der Staatskirche, sie sind unzufrieden mit den Dissentern, mit diesen ganzen Dingen. Und der hat mehrere Gedanken gleichzeitig in seinem Kopf, die so ein bisschen darum kreisen, warum leben wir nicht mehr so wie in der Zeit der Bibel? Warum haben die Heilungskräfte, Prophetie, Zungenrede, apostolisches Zeitalter wir nicht? Warum haben wir das nicht? Und er hat die Idee, es muss doch eine Wiederkehr des apostolischen Zeitalters möglich sein, es muss doch kommen, eine Zeit, wo wir mit Aposteln Zeichen und Wunder erleben und wo die Welt eine andere wird. Und das Witzige ist, aus diesem Ideenpool kommen jetzt mehrere Dinge, das wofür er am ehesten bekannt ist. Er glaubt, dass das jetzt wieder der Fall ist, er hört Gott, er glaubt an Prophetie und er ist sicher, Apostel sind real. Und Gott wird neue Apostel berufen. Es entsteht eine apostolische Gemeinschaft, so er selbst beruft, sieht das prophetisch, Menschen sind Apostel, Prophetie ist real. Daraus wird eine apostolische Bewegung, aus der entsteht die neuapostolische Kirche. Ganz langsam, Thorsten, was du nicht gesagt hast, das sollst du aber sagen. Wo lebt dieser Mann? Der lebt in Großbritannien und wir haben hier das Ding, das ist in Nordengland, in Schottland, es gibt Einflüsse nach Irland. Er ist Priester? Ja, genau. Er ist quasi in der anglikanischen Kirche, ist da aber raus. Also wird dann, und das ist in England, ging man ja leichter raus, schon viel länger. Freies Land, Methodisten, Dissenter, Baptisten. Deutschland ist ja vor 48 da immer fast nichts. Aber er ist hauptberuflich, ja, und stellt sich Fragen, die man sich mal stellen kann. Genau, und geht raus aus dem System so. Und neuapostolische Kirche, die ja riesig ist. Da noch nicht, er gründet sie ja erst. Da noch nicht, aber in Deutschland ist sie wirklich größer als alle Freikirchen heutzutage, daher könnte man es kennen. Es wäre jetzt aber eine Engführung zu sagen, Edward Irving ist wichtig, weil ohne ihn gäbe es keine neuapostolische Kirche. Er ist zum Beispiel einer, Zungenrede ist sein Ding und er sagt, das sollten wir haben. Es sind Gaben der Urgeschichte. Das klingt für mich jetzt nicht so neuapostolisch. Ja, ist aber in der Frühzeit. Also Zeichen und Wunder, Propheten und Zungenrede, Heilungsgabe, all das zählt er dazu. Man kann ihn schon sehen als Vorläufer von Pfingstbewegungen und charismatischen Bewegungen. So, das würde ich sagen. Klingt nach einem pfingstlichen Aufbruch. Das ist so und diese Strömungen, die dann irgendwann zu Pfingstbewegungen führen, so ganz ohne diese frühen Menschen, die Zungenrede praktizieren. Das macht ja sonst keiner irgendwie, aber da ist ja schon wichtig. Und verrückterweise regt er auch die spätere Brüderbewegung an den Darbismus, denn auch da hat er schon entscheidende Ideen. Er sieht das nämlich so, also es gab das Zeitalter der Apostel und dann war die apostolische Welt mit ihren Kräften und Fähigkeiten weg. Und das ist irgendwie ein Gericht Gottes. Das ist schlimm. Warum kann keiner mehr Zeichen und Wunder tun? Also Kirchengeschichte, die haben darüber nachgedacht. Und Augustin Chrysostomus sagen, nö, können wir nicht mehr. Wir sind keine Apostel. Gott hat das nur für den Anfang. Und Irving sagt aber, nee, nee, das ist schon, das ist ein Gericht. Also das sind doch Geistesgaben. Warum werden die nicht praktiziert? Das war am Anfang. Und dann kam eine Epoche der Kirchengeschichte, wo wir der urchristlichen Gaben beraubt waren. Und in der letzten Zeit werden die wiederkommen. Denn die letzte Gemeinde, die Gemeinde vor der Wiederkunft Jesu, die braucht alle Kraft, die sie kriegen kann. Und das wird der Spätregen sein. Das wird diese letzte Endzeit sein. Und er hat viele andere auch, aber er hat auch diese starke Idee, wir brauchen deutliche Unterteilung der Heilsgeschichte. Schon in der Bibel ist es so, vor dem Fall, nach dem Fall, unter dem Gesetz, unter der Gnade, apostolische Zeit, Mittelalter verlorene Zeit, wiederkehrende Endzeit. Langsam, Torsten. Das war jetzt eine sehr wichtige Stelle. Also hat er selber, das klang so an, aber schon auch eine Endzeiterwartung. Also dieses Gefühl von, es ist jetzt wieder apostolisch, weil wir kommen jetzt auch dem Ende der Welt entgegen. Diese Erwartung nimmt zu. Das ist mit der Apostelidee, mit Zungenrede, mit dieser Endzeitsicht. Genau, und jetzt guckt er auf die Weltgeschichte und sagt, hier mit der Bibel in der Hand, es gibt vor dem Fall, also Adam und Eva, dann kommt nach dem Fall, dann macht Gott mit Israel, auserwähltes Volk und das läuft nicht so gut. Die scheitern, so mehr oder weniger. Dann sagt er, okay, ich brauche ein neues Konzept, jetzt kommt Jesus. Also so eine Einteilung kommt da. Und dann kommt natürlich immer dieser Punkt, es gründen sich, also das gibt es ja noch, Paulusbriefe, Erste Gemeinden und dann gibt es eine lange Zeit, wo nichts ist. Die Staatskirchen, die Weltkirchen, die Mittelalter, Volkskirchen, Moderne kam ja auch schon so ein bisschen. Reformationskirchen. Ja, das sind quasi alles gescheiterte Kirchen. Also ja, man sagt, das ist das Christentum gewesen. Also es war nicht Gottesplan. Ja. Das ist sehr beliebt seit dem 17. Jahrhundert, ist auch für den frühen Pietismus sehr beliebt, zu sagen, die Kirche war Babylon. So und jetzt ziehen wir aus aus Babylon, so das ist also, da könnte man eine Riesengeschichte und so, das ist für die aber normal, das ist in so Kreisen, in Extremkreisen ist es immer selbstverständlich, zu sagen, die staatskirchlichen Verhältnisse waren alle falsch. Ja. Ich finde es phänomenal, weil ich würde ihm das gleiche attestieren, was du gerade dem guten Edwards attestiert hast. Ja, zu Recht. Dass man ihn eigentlich nicht kennt und dass er wahnsinnig viel Einfluss hat. Also der Impact ist enorm. Genau. Halt ein bisschen weniger auf Pfingstkirchen, darum ist Edward Irving so total interessant und unterschätzt. Aber nein, Dabi, also das, was er gründet, Brüderbewegung und das ist ja, das werden wir nicht erzählen hier von alter Versammlung und geschlossene Brüder und offene Brüder und so. Also unterm Strich ist es eigentlich marginal. Die Zahlen, das sind Zehntausende in Deutschland, Zehntausende. Aber komm, Neuapostolen sind das 20-, 30-fache oder so. So, aber der Einfluss von Brüderbewegung, der Einfluss von darbistischer Theologie ist hundertmal so groß, wie die konkrete Nachfolge jetzt wirklich in Brüderbewegung im engeren Sinne. Ja, also dann mal kurz, Dabi wird 1800 geboren in London, ist also auch Engländer, stirbt 82 in Bournemouth, ein Urlaubsort an der Südküste Englands, also wird über 80 Jahre alt. Und genau, Brüderbewegung, da wird der entführender Kopf. Aber was ist bei ihm los? Also er wächst relativ wohlhabend auf. Sein Taufpate ist Admiral, kennst du? Horatio Nelson. Taufpate. Nicht irgendjemand. Wichtige englische, große Figur. So, der ist ja Taufpate und dann studiert Dabi in Dublin am Trinity College und macht einen sehr guten Abschluss. Jura wird Anwalt. Und dann merkt er aber irgendwie, ja, es kann nicht alles sein, hat ein Bekehrungserlebnis und wird Christ und entschließt sich mit 25 jetzt, juristisch mache ich nichts mehr, ich werde Pfarrer in der anglikanischen Kirche. Also ähnliche Entwicklung, würde ich sagen, ist in der anglikanischen Kirche, ist Pfarrer und hat da dann auch irgendwann den Eindruck, das kann nicht alles sein. Und es bildet sich schon die Brüderbewegung, er kommt dazu und steigt da ein und wird da sehr ein führender Kopf als Prediger, Missionar und ist auch relativ unabhängig, weil er gut geerbt hat. Und ist dann wirklich jemand, der reist aufs europäische Festland, nach Nordamerika, nach Australien, nach Neuseeland, also der kommt viel rum. Und was ich aber sehr spannend fand, er ist in Deutschland ja auch sehr aktiv und ist sogar mal in Tübingen. Das wusste ich nicht. Und in Stuttgart, so im Jahr 1850, mit 50 und begegnet dann einem Elberfelder Volksschullehrer, dem Evangelisten Karl Brockhaus. Und die mögen sich und Darbys Einfluss auf Brockhaus ist so stark, dass Brockhaus, der in Deutschland für die Brüderbewegung ganz zentral ist, sich sehr inspirieren lässt, gründet dann einen christlichen Verlag, der heute als SCMB Brockhaus Verlag filmiert. Nach vielen Fusionen, aber du hast recht, Brockhaus ist in der Tat das alte Ding. So, und er initiiert mit Darby zusammen die Herausgabe der Elberfelder Bibel. Das heißt, diese Elberfelder Bibel kommt aus der Brüderbewegung, ist da sehr relevant und das ist so spannend, weil ja Darby, darbistische Theologie, Dispensationalismus, ich schaffe es immer so bei jedem Zweifel. Premillenianistischer Dispensationalismus, das muss man üben. Premillenianistischer Dispensationalismus. Wo ist der Orden für dich? Ja, genau, also das fliegt ja in diese Übersetzung mit ein. Und das finde ich spannend, weil Bibelübersetzung ist ja auch immer eine Theologie, die dahinter steht. Und die steckt da dahinter. Was dürfen wir uns denn darunter vorstellen, Thorsten? Ja, da müssen wir jetzt noch ein bisschen nachbauen. Also das finde ich spannend, weil das ist ja das, was du eben meintest. Die Auswirkungen in der Brüdergemeinde, weil Brüdergemeinden jetzt nicht so riesig geworden sind, ist überschaubar. Aber was das insgesamt auch für evangelikale Theologie gemacht hat, wie prägend das ist, ist enorm. Ja, genau. Und auch hier, wir sind Podcast, wir werden immer einfacher, gröber, schlanker es halten müssen. Die beste Geschichte, die ich jetzt im Vorfeld da nochmal rauf und runter gelesen habe, Daniel G. Hummel oder Hammel. The Rise and Fall of Dispensationalism, How the Evangelical Battle over the End Times Shaped a Nation, 2023. Jetzt ein bisschen auf Deutsch. Super Buch. Also der Aufstieg und Fall des Dispensationalismus, wie der evangelikale Kampf um die Endzeit eine ganze Nation, gemeint sind die USA, geprägt hat. So und da wird auf über 400 Seiten die ganze Geschichte erzählt, das ist fantastisch, das ist Gold. So und am Ende, wer es ganz genau wissen will, nimmt die Bücher und wir sind jetzt hier Teaser und Appetitanreger und Häppchen. Denn es ist immer, Darby wird alt, hat viele Phasen, hat viele kleine Nachjustierungen. Die Brüderbewegung ist ständig in Bewegung, Dispensationalismus. Es ist wahnsinnig chaotisch. Aber in den Grundzug, den können wir glaube ich wirklich solide und fair beschreiben, wie er so ist und alle Variationen unterstellt hier einfach, dass es immer noch komplizierter ist. Was sind denn Dispensions? Dispensions, so da ist die Idee und ich hatte das ja jetzt von Irving, es ist nicht mal die originellste Idee im Dispensationalismus, dass ganz schlicht die Weltgeschichte und Heilsgeschichte in Epochen eingeteilt ist und es ganz wichtig ist, dass Gott selbst über diese Epochen verfügt und das, was in einer Epoche gilt, nicht für eine andere Epoche vorausgesetzt werden kann. So und du musst wissen, was gilt für welche Zeit in der Bibel. So du musst in der Bibel klarkriegen, was gilt vor dem Gesetz, was gilt für die Erzväter, was gilt unter dem Gesetz, so und was gilt nach dem Gesetz. Und es wäre ein Riesenfehler, so zu tun, als wäre die Gemeinde Jesu in der Zeit unter dem Gesetz oder vor dem Gesetz. Wir sind unter der Gnade, so das ist ganz wichtig. Adam und Eva waren vor der Sünde am Anfang, dann waren sie nach der Sünde. Und da musst du erstmal mit klarkommen, darum haben zum Beispiel die Erzväter dann auch so bestimmte Dinge, die opfern, wo sie stehen und gehen, wie es ihnen gerade so kommt. Im Gesetz ist es streng verboten und so. Da hast du immer klare Regeln und für die Bibelauslegung musst du das im Kopf klarkriegen, wo du dich gerade befindest. Und für uns ist das eben auch wichtig. Er hat dabei teils Ideen, die man komisch finden kann. So ist er zum Beispiel der Überzeugung, dass die Verkündigung Jesu sich nicht an uns wendet, sondern an Israel, an die Juden. Okay. So, da ist er sicher, die Bergpredigt ist nicht für uns bestimmt. Die ist gar nicht für uns. Die ist nicht für uns, die ist für Israel. Die ist für Israel und das ist im Grunde in ihrer Zeit der Umkehrruf. Für uns beginnt die Epoche mit Kreuz und Auferstehung. Wir sind die Gemeinde des Auferstandenen, wir leben unter der Gnade. Was für Christen gilt, das ist Apollos. So, das hat ganz konkret die Konsequenz, wir beten kein Vaterunser. Das Vaterunser beten. Nein, also jetzt als Brüder beten kein Vaterunser. Doch, das stimmt. Natürlich. Das stimmt nicht, Thorsten. Das stimmt. Thorsten, da müssen wir jetzt echt sauber sein. Ja, glaubst du. Die Brüder beten kein Vaterunser. Du, es gibt Brüder und Brüder und Brüder und Brüder. Es gibt welche, die das beten. Aber nach Dabi. Nein, aber für Dabi. Nein, und aus theologischen Gründen natürlich nicht. Weil, was steht da? Vergib uns unsere Schuld. So, da würden die sagen, ich kann doch nicht täglich um Vergebung der Sünde beten, wo doch durch das Blut Christi am Kreuz er für meine Sünde gestorben ist. Ich lebe doch in der Gnade. Ich bin doch der neue Mensch. So, das ist für Juden, für Juden ist es wichtig, täglich zu bitten, vergib uns unsere Schuld. So, die brauchten Sündenbewusstsein, dass sie dann beim Tempel und Opfer und sonst wie, das ist nur für Juden. Christen können doch nicht täglich beten, vergib uns unsere Schuld. Ja, ich halte es für Quatsch. Okay, jetzt bin ich an Bord. Aber das heißt, alles das ganze Leben von Jesus, die ganzen Beschreibungen, Gleichnisse, das ist alles nach Dabi nicht mehr relevant. Also da musst du gucken, wie scharf du das machst. Und viele in der Brüderbewegung haben das dann auch nicht so ultra krass gemacht. Aber ja, das ist zum Beispiel eine der Konsequenzen. Du darfst nicht einfach das, was Jesus sagt. Also Jesus sagt ja auch noch Leuten, geh zu den Priestern und sie zu, lass beglaubigen, du bist rein. Das ist unter dem Gesetz. Und da ist grundsätzlich die Idee, also auch Reinheit und Unreinheit, auch so Sachen und so. Das ist Zeit des Gesetzes, Zeit der Gnade, funktioniert völlig anders. Da ist eine riesen Hermeneutik mit verbunden und die ist ganz bedeutsam. Die Grundidee von Dispensationen ist nicht das Entscheidende, was Dabi entdeckt hat. Er hat das ein bisschen radikalisiert und verstärkt. Im Grunde sein System kreuzt zwei Grundentscheidungen. Die eine hatten wir jetzt grob. Es gibt diese Dispensationen und da musst du schauen. Und der entscheidende Schlüssel für die richtige Kreuzung ist das richtige Verständnis von Kirche und Israel. Das ist der eigentliche Hammer. Das ist wirklich bedeutsam. Das musst du kreuzen. Die Kirche-Israel-Unterscheidung und das Bewusstsein von Dispensationen. Die Kirche-Israel-Unterscheidung geht jetzt davon aus bei Dabi, dass es zwei Bünde gibt. Es gibt den Bund mit Israel. Noah? Ja, da würde er sagen, das ist alles vor. Also vor dem Gesetz, im Grunde haben wir da, also ja, das ist der Schöpfungsbund. Das können wir alles machen. Aber die Heilsbünde sind Israel. Israel schon auch als Instrument Gottes, um in der Welt irgendwo präsent zu sein. Sie scheitern, weil sie Jesus nicht erkennen. Aber sie bleiben das erwählte Volk Gottes. Und die Kirche ist das Volk aus den Heiden, das Volk Gottes, das durch Glauben und Wiedergeburt gewonnen wird. So, mit denen hat Gott einen Bund, Kraft ihres Glaubens an Christus. In der Dogmatik ist Dabi relativ reformiert. Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Er ist relativ reformiert, also er hat keinen freien Willen. Gnadenwahl, starke Betonung der Gnade. Sehr effektive Rechtfertigung und Heiligung. Also wirklich, wenn du glaubst, wirst du darin auch neuer Mensch. Aber natürlich sind da auch alles sehr ernst. Also es ist eine Variante eines eher reformierten Denkens. Sehr pessimistische Anthropologie. Menschen verkacken immer alles. Also in Brüderbewegungen lernst du dich schlecht fühlen von der Picke auf. An dir ist alles schlecht. Alles, alles schlecht. Und Menschen verkacken immer alles. Israel hat es verkackt. Die Kirchen. Sie hätten wahrscheinlich eine nicht so fäkale Wortwahl. Ja, die würden es vornehm mal formulieren. Aber ich bin ja nicht so unter der Gnade wie die oder so. Nein, aber Menschen verbocken immer alles. Machen wir es ganz höflich. Alles, alle. Jeden Bund. Klingt gleich besser. Gott hält trotzdem an ihnen fest. So hält an Israel fest. Hält an der Kirche, an der Christenheit fest. Nicht an der Kirche. Die Kirchen sind alle gescheitert, die es gab. Das sagt ja auch, die sind alle gescheitert. Ja klar, die sind alle gescheitert. Das ist schon auch ein bisschen Irving. Im Grunde ist das aber auch eine Idee, die du im Frühpietismus und im Puritanismus hast. Die Volkskirchen und Konfessionskirchen, alle gescheitert. Und das wird bei Darwin stark ausgebaut, dass er sagt, die Menschen haben die Kirche Christi, die von Christus eingerichtet wurde, mit urchristlichen Gaben und so weiter, haben sie zerstört. Wir haben ihre Ämter nicht mehr. Und Darwin ist der Überzeugung, Reformation funktioniert auch nicht. Die Reformationen haben es nicht gebessert. Und er sagt, was Menschen einmal zerstört haben, können sie nicht wiederherstellen. Denn nur Gott kann das. Und wir müssen damit leben, dass die Kirchen zerstört sind. Und in den Kirchen mitmachen und dabei bleiben ist mehr oder weniger Sünde. Also es ist falsch. Er geht ja raus, er geht raus aus der anglikanischen Kirche und hält diese ganzen Staatskirchen wirklich für gescheitert. Er hält es auch für Sünde. Weil, was sind die Kirchen? Sie sind Denomination, sie sind Konfession, sie spalten den Leib Christi. Die Kirche ist eine. Und die Konfessionen der Welt sind gespaltene Christenheit. Die gespaltene Christenheit als solche lästert und leugnet Gott. So ist es kontraproduktiv, in der Kirche zu bleiben. Raus. Ganz klar. Tritt aus der Kirche aus. Überlege nicht. Tu es. Es ist Sünde drin zu bleiben. Da ist er sehr klar. Dabei tritt in die Brüderbewegung ein. Na, also was heißt tritt ein? Da kannst du nicht eintreten. Die Sicht ist jetzt für diese Zeit. Die wahren Gläubigen können einfach nur so sich versammeln. Ohne Kirche. Ohne Priester. Ohne Klerus. Ohne Organisation. Das Einzige, was es gibt, ist die Versammlung der wahrhaft Gläubigen an einem Ort. So, Kirchenspaltung ist immer Sünde. Darum sollen die wahrhaft Gläubigen an einem Ort zusammenkommen und in dem Bund ihrer Bruderschaft durch das Herrenmahl beglaubigen. Das ist seine Idee. Darum, wenn du eine Einladung kriegst, auf der steht Christen ohne Namen oder Versammlung oder christlicher Treff oder so. Sehr oft brüderliche Sachen. Weil die sind auch keine Kirche. Die würden auch nie ACK mitmachen. Nie ÖRK. Keine Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirche. Keine großen Bekenntnisschriften oder so. Keine Amtsträger. Keiner wird ordiniert. Keiner leitet qua Amt. Der Geist leitet. Der Geist und Christus. Ich habe in der Tat mal jemanden getroffen und wir kamen ins Gespräch und war irgendwie klar, ja, auch irgendwie christlich unterwegs so. Und da habe ich gesagt, ja, und was für eine Richtung kommst du und so. Und wo gehst du hin? Und dann sagt sie, ich gehe zur Gemeinde. Und ich habe gesagt, okay, ja. Super. Ich auch. Welche? Zu welcher? Ja, zur Gemeinde. Und ich, wie Gemeinde. Und ich war wirklich total auf dem Schlauch. Und es war halt dann durch Nachfragen klar, ja, es gibt halt in Tübingen halt eine Gemeinde. So. Ja, der Rest ist fake. Weil, guck in die Bibel, Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, an die Gemeinde in Rom und so weiter. Und in Tübingen gibt es halt eine Gemeinde und dann gibt es eine Gemeinde, meinetwegen in Basel und es gibt eine Gemeinde in München. Und das ist es, das, was du meinst. Es ist eigentlich diese Vorstellung, du hast eigentlich vor Ort eine Gemeinde und sie kann auch nicht, es kann nicht mehrere geben, weil das wäre halt ein zersplitterter Leib. Genau, ist immer Sünde. Kirchengründung ist Sünde. Ämter, Hierarchie, Leitung. Jetzt kann man da lang drüber nachreden, denken, ob das geht. Also ich glaube natürlich kein Wort davon. Ja, da sich die Brüder, meine anscheinend ja auch wieder ein bisschen gespalten. Ja, ja, also alle sind Brüder, aber manche sind brüderlicher als die anderen Brüder. Und ja, aktuell, also wer das mitbekommt, Baptismus, Baptisten, Bund, Evangelisch, Freikirche, der Kirchen hat ja gerade eine Abspaltung. So und die, die sich abspalten bei den Baptisten, sind die ehemals offenen Brüder. Ja, aber aus Sicht Darbys ist das sowieso schon Abfall gewesen, überhaupt dabei gewesen zu sein. Ja. Jetzt wollen die schon wieder Körperschaft werden irgendwie. Also, na, aber das ist Tradition, Brüderbewegung. Du siehst aber daran, die sind nicht so ganz linientreu. Also die waren eigentlich schon abgefallen von der echten Brüderidee. Und in so einem Bund sein, in einer Kirche sein, ACK, und ob das besser wird, weiß kein Mensch. Aber so das sind Dinge, die man heute mitbekommt, diese offenen Brüder. Haben im Grunde die schroffe Separation entschärft. Ja. Die Uridee ist schon eine sehr schroffe Separation. Und Stichwörter für das in Deutschland wären alte Versammlungen. Okay. Oder auch geschlossene Brüder. Von denen kriegst du auch nicht viel mit. Da suchst du auch im Internet dir die Finger wund. Die stellen sich da. Da gibt es auch keinen Amtsträger. Und dann sind es natürlich so super Brüder, durch die der Heilige Geist komischerweise besonders gern spricht. Die können nichts dafür, weil die teilen nur das Wort aus. Das passiert. Das passiert, ja. Da können sie ja nichts dafür. Die haben kein Amt. Nein, und wenn du kein Amt hast, bist du natürlich mächtiger als alle mit Amt. Alle mit Amt kommen rein. Alle mit Amt werden gewählt. Alle mit Amt müssen sich verantworten. Menschen ohne Amt sind die Allermächtigsten. Wenn du kein Amt hast und irgendwo das Sagen hast, keine Struktur begrenzt deine Macht. Das ist, ihr merkt meine Meinung. Ich habe es nur ein bisschen einigen lassen. Genau, das fand ich ein bisschen wertvoll. Das ist eine kritische Meinung. Ja. Aber ist ja Transparenzhinweis für Fairness-Zwecke. Ich versuche fair wiederzugeben, was da ist, bin ich meinungslos. Aber ich sage mal, also was dem ja inne wohnt, ist auf jeden Fall dieses, man muss sich trennen von... Von der Welt und vor allem von falschen Christen. So, vom Übel. Ja, falsche Christen sind tausendmal schlimmer als die Welt. Und man steht als kleiner, gläubiger Rest zusammen. So, wir haben das System noch längst nicht vollständig. Wir müssen am System noch arbeiten. Ich hätte auch eine Zwischenfrage, Thorsten. Ich habe nämlich auch... Wenn es sich fördert. Ich hoffe, ich hoffe, dass es sich fördert. Weil ich habe was gelesen, was ich nicht verstanden habe. Und vielleicht passt es jetzt, dass du es erläuterst. Ich habe gelesen, die Sendschreiben der Offenbarung des Johannes. Sieben in der Zeit. Richten sich ja im Text an kleinen asiatische Gemeinden. Siegfried Zimmer hat das alles super erläutert. Da gibt es Wortausvorträge zu. So, Dabi sagt jetzt aber, das sind eigentlich Schreiben, die Typen von einzelnen kirchengeschichtlichen Epochen bezeichnen. Und der Verlauf der Kirchengeschichte spiegelt sich quasi in diesen Sendschreiben bis zur Apokalypse wieder. Also jedes Sendschreiben stellt eine Epoche der Kirchengeschichte dar. Also zum Beispiel sagt er, das Schreiben an Ephesus ist die Kirche des Übergangs von der apostolischen zur nachapostolischen Zeit. Dann Smyrna ist die Kirche der Verfolgung durch Nero bis Diokletian. Und das geht dann weiter. Sades ist die Zeit der Reformation. Philadelphia die Gegenwart. Lauwarm, ne? Und dann Laduizea, die zum Gericht gereifte, reife Kirche der unmittelbar bevorzehenden Zukunft. Ist das so ein Schriftverständnis, was... Also das ist eine mögliche Konsequenz, ne? Klar, das wirklich alles. Und die Johannes-Offenbarung ist Schlüssel für ganz viel. Und diese Erwartung, also Philadelphia zum Beispiel, ist ja auch wirklich Aufbruch von Pietismus und Heiligungsbewegung, Brüderbewegung. Pietismus ist im Grunde, die kommen ja aus sowas, ne? Die kommen aus Pietismus, Puritanismus, das ist schon ganz schön. Und Laudizea sind die Weltkirchen, die jetzt völlig verfallen und die lau werden. Das ist so das Schema. Und das ist eine Anwendung, eine mögliche Anwendung von Brüdergemeindlicher Dispensationalistischer Schriftauslegung. Und es geht immer wieder um Epochen, Kirchengeschichtsepochen, da sind die ganz heiß drauf. Aber ich sag jetzt mal, für dich als Theologe im Schriftverständnis, ist das jetzt, das ist schon speziell? Ah, das ist... Oder würdest du sagen, es ist wirklich komplett beliebig und man hat so ein Schema und presst das jetzt drauf? Oder zieht sich was raus, was ins Weltbild, also ins Glaubensweltbild passt? Nein, das ist eins der großen Widersprüche, das Schriftverständnis von Darby. Da legt er großen Wert darauf, wortwörtlich. Tausend Jahre sind tausendmal Sonnenumrundung. So, wortwörtlich. Wir legen alles aus nach dem buchstäblichen, wörtlichen Sinne. Jede Prophezeiung im Alten Testament wird wortwörtlich erfüllt. Und du kannst bei Bibel-Prophezeiungen nicht sagen, in irgendeiner symbolischen Weise hat sich das jetzt bei Jesus und in der Christenheit erfüllt. Nein, es wird wortwörtlich passieren. So, und gleichzeitig hast du natürlich lauter Dinge, wo man mit bisschen Bildung denkt, sag mal, das ist jetzt totale Allegorese, total. Also eine bildlich-symbolische Auslegung. Und das denken alle so. Also alle, die zu viel drüber nachgedacht haben, merken, das System ist inkohärent. Es ist bei Darby inkohärent und auch in allen Strömungen der Brüderbewegung, dass man zwar den Anspruch der Wortwörtlichkeit erhebt und ständig, wenn man es aber irgendwo braucht, doch bei symbolisch-allegorischen Auslegung ist. Und was für die Zeit teils verständlich, teils unverzeihlich ist, ist eine scharfe Ablehnung jeder historisch-kritischen Auslegung. Man will nicht wissen, was damals zeitgeschichtliche Hintergründe sind, in deren Licht man die Bibel verstehen kann. Man lehnt das komplett ab. Man lehnt es wirklich ab? Man lehnt es komplett ab, weil das ja eine Art Bildungsnotwendigkeit betonen würde. Du müsstest ja die säkularen historischen Wissenschaften ernst nehmen, dass sie zum Verständnis der Bibel was beitragen. Das kann aber nicht sein, da Gott, der Herr, sich jedem Gläubigen durch den Heiligen Geist unmittelbar durch das wörtliche Glauben der Bibeltexte offenbart. Also kann es nicht sein, dass historisch-kritisch irgendetwas Wichtiges bei rumkommt. Und dann landet man aber eben bei so Dingen. Aber ich habe da keine deskriptive Sprache für, wie man das so... Aber es ist ja dann so gesehen auch ein sehr freihändiger Zugang. Ja, klar. Also alles, was du in den Sinn bekommst, ist okay. Aber du musst nicht nach links und rechts gucken. Du musst dich nicht bilden. Du musst eigentlich nicht tiefer rein. Ja, du musst dich in die Bibel immer tiefer rein. Und das sind natürlich Leute, das finde ich historisch übrigens auch interessant. Also These ist, Bibel ist Gottes Wort. Sie ist irrtumslos. Sie ist Einheit. Sie ist ohne Widersprüche. Und die ganze Bibel ist wichtig. Alles, was in der Bibel steht, ist wichtig. Denn viele alttestamentliche Prophezeiungen haben sie noch gar nicht erfüllt. Da Bisten haben wie keine andere Menschengruppe auf der Welt Grund, die ganze Bibel ständig zu lesen. Reformation bringt ja überhaupt nicht die Bibel ins jede Haus. Das ist irgend so ein Mythos. Also natürlich nicht. Also die Menschen sollen ja nicht zu Hause Bibel lesen. Da hätte Luther gesagt, ja wie? Wahnsinn. Kleinkatechismus sollen die Menschen lesen. Die Gebildeten, die es wirklich wissen wollen, die können auch mal eine Bibel lesen. Der Pietismus will, dass die Menschen Bibel lesen. Der Pietismus zielt aber auf Herzensreinigung. Und Pietismus, da kommst du auch mit den Losungen klar. Für den Pietismus ist es jetzt nicht so wichtig, dass jeder Mensch alle Abgründe des Jesaja-Buchs exegetisch bearbeitet. Die wollen Herzensbildung durch Bibelumgang. Darbismus sagt, nee, 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 nee. Also alles, was in der Bibel steht, ist wichtig, um die Welt, die Zeit und dich selbst zu verstehen. Du musst die ganze Bibel lesen, ganz durch, wieder und wieder. Von Georg Müller, berühmter, offener Brüder heißt, er hat die Bibel 200 Mal in seinem Leben gelesen. Da hast du noch was vor dir, Thorsten. Das schaffe ich auch nicht. Nee, nee, also ich selbst bin ja, bin davon geprägt, ich lese sie ja einmal im Jahr, aber ich werde sie nicht 200 Mal im Leben schaffen. Ich habe auch keinen Ehrgeiz. Du wirst wahrscheinlich nicht 200. Nee, ja, ich werde nicht so alt und ich werde auch die Frequenz jetzt nicht erhöhen. Das wäre jetzt mein Tipp gewesen. Für meine Zwecke reicht mir, absolut. Ich kenne mich ein bisschen aus. Nein, aber das ist in Brüderbewegung, da gibt es viele, die die Bibel wieder und wieder und wieder lesen. Dafür habe ich sehr viel Sympathie, weil ich selbst so ein Typ bin. Also mir liegt das typmäßig total nah als Frömmigkeitssprache. Für die ist das aber völlig unmöglich zu sagen, das liegt mir typmäßig nah oder ich brauche einfach Kontrolle oder Gewissheit oder es macht mir Freude oder so. Nee, du musst es, um Sachen zu verstehen. Und dann siehst du lauter querverweise, also die lesen im Grunde die Bibel, wie Swifties Texte von Taylor Swift analysieren. Das ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Ich bin da zufällig so ein bisschen reingeraten. Du bist da reingeraten? Ja, ja, Taylor Swift. Bist du ein Zwifti? Ich bin dabei, also tatsächlich mehr einen Überblick über ihr Oeuvre und so. Nein, und Zwifties, also lauter Erklärvideos, dass sie in irgendeiner Liedzeile ein anderes Lied im Grunde nochmal aufgreift. Und das hat sie hier live gesungen mit einem Kleid, das sie dann hier nochmal trägt im Video. Und in diesem Video zitiert sie aber ein anderes Lied, was da ganz genau. Und das war dieser verflossene Lover. Und das war aber so ähnlich wie jener verflossener Lover. Und Zwiftitum, also im Grunde so ein riesiges, magisches Gebäude von lauter Querverweisen. Nur mit dem Unterschied, dass die, glaube ich, echt reingesteckt sind von ihr. Die hat da Bock drauf. Und so Brüderleute behaupten einfach, der Heilige Geist war die erste Taylor Swift der großen Literaturproduktion. Und der hat die Bibel voller Querverweise. Und erst wenn du überall diese ganzen Querverweise klar hast, kannst du das die Fülle des Wortes Gottes ausschöpfen. Und erst dann kannst du die Welt verstehen. Denn wenn du die Bibel nicht kennst, ist die Weltgeschichte für dich ein einziges Chaos. Und der Anspruch ist natürlich enorm. Ich finde es echt spannend, dass also Bibellesen in keiner Konfession so klar und deutlich begründet ist wie bei denen. Denn so streng Reformierte lesen auch Gesetzestexte AT, weil irgendwie ist das immer noch wichtig, wenigstens um die Ecke herum. Aber dass die prophetischen Texte, dass du ständig durch Hesekiel und Zacharja und Jesaja und so, weil es die Weltgeschichte aufschlüsselt. Lutheraner sind da raus, sind da stumm und starr vor Staunen und würden sagen, ist doch jetzt alles in Kreuz und Auferstehung irgendwie aufgegangen. Also wir gucken doch jetzt nicht im Ernst, was Jesaja 14, Zacharja 14 für die Weltgeschichte noch bereithält oder so. Brüder schon. Aber das ist jetzt nochmal spannend, weil eben hast du ja ausgeführt, das ist eigentlich so für Israel, andere Epoche. Warum gucken dann Christen im Dabi-Sinn noch in Hesekiel? Weil sie natürlich verstehen sollen, was mit Israel ist, es ist das andere Volk Gottes. Das andere, also wir haben Israel und die Gemeinde. Es gibt drei Menschengruppen auf der Welt, es gibt Israel, es gibt die Gemeinde und die Nation. Die Nation, die werden alle verloren gehen, die Völker, also Ethne, die werden alle für die Hölle. Israel ist das leibliche Volk Gottes. So und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Es sind nicht nur einfach zwei Bünde, diese beiden Bünde haben auch eine völlig andere Logik. Israel ist das irdische Volk Gottes, die Christen sind das himmlische Volk Gottes. Israel hat auf Erden eine große Zukunft und mit Israel wird Gott einen Staat errichten. Den hat er sich auch relativ königlich vorgestellt. Ein Staat, der in der Mitte der Welt einmal herrschen wird für tausend Jahre. So und die Weltgeschichte geht. Ja, realer Staat, Israel wird tausend Jahre Weltherrschaft haben im tausendjährigen Reich. Ja, über die Nation. Genau, über die Nation, bis die alle nicht mehr so können oder Christen werden. Das ist immer die Chance in den Nationen. Die Kirche hält sich fern von Politik. Die Kirche lebt in Christus und im himmlischen Jerusalem. So und jetzt müssen wir die Endzeitlehre nehmen. Die sind ja eigentlich die, das ist damit das Schönste bei Darwin, weil das auch echt raffi-tückisch ist, wie er das so macht. Raffi-tückisch. Du hast dich aber auch schon damit beschäftigt, was da die großen darbistischen... Mit der himmlischen Zukunft. Mit der himmlischen Zukunft. Ich habe ein bisschen reingelesen, aber ich fand es ehrlich gesagt schon speziell. War speziell. Ich fand es speziell. Also Darwin hat eine fantastische Idee gehabt, wie man ein Problem lösen kann. So alle Christen glauben ja in irgendeiner Weise, es gibt nochmal einen Schlusspfiff von Gott. Schlusspfiff. Ja, irgendwie, irgendwie, jüngstes Gericht, irgendwie nochmal Finale, irgendwas mit Jesus. Das Ende der Zeit. Ende der Zeit. Wie wir sie kennen. Irgendwie, irgendwie und so, alles andere ist komplett strittig, aber das war schon klar. Und dann aber, wenn man ein bisschen guckt, Bibel, auf der einen Seite hast du so Naherwartungen, der Herr kann kommen, jederzeit. Auf der anderen Seite, die Zeichen der Zeit müssen erfüllt sein. So Endzeitzeichen, das ist ein bisschen schwierig. Sprich, so, also könnte Jesus heute noch kommen? Nee, musst du sagen, vorher muss doch noch der große Abfall. Und der Antichrist, wo ist denn der Antichrist? Im Grunde müsstest du ja sagen, vorm Antichrist ist doch keine Endzeit und so. Heute kommt Jesus ganz bestimmt nicht. Heute kannst du noch an der Börse zocken oder einen Hund schlagen oder irgendwas Böses tun, weil du kannst noch mal Buße tun, weil er kann jetzt nicht kommen. Aber andere dachten, nee, aber er steht doch, er kann jederzeit kommen. Aber den großen Abfall gab es doch schon. Oder es gab ihn immer wieder. Genau. Es sind ja schlimme Dinge passiert. Das wird noch schlimmer, genau. Und der Papst ist der Antichrist, das gab es auch mal. Ja, das gab es auch. Und vieles funktioniert ja noch so. Also es gibt im Grunde, bibeltheologisch heißt es das Aufhalten. So eine Figur aus dem 2. Thessalonicher, das Aufhalten. Gott hält selbst in der abgefallenen Welt mit falschen Kirchen und gottlosen Königen ein Grundmoralbewusstsein immer noch vor. So es gibt Ordnungsmächte, die im Grunde den totalen Abfall noch aufhalten. Endzeit wird sein, dass das Böse sich grenzenlos bahnbricht. Da sind wir noch nicht. So und Davins große Lösung ist, Endzeit ist für die Kirche was anderes als für Israel. Immer unterscheiden. Immer was Kirche ist, ist Kirche, was Israel ist Israel. Für Kirche ist Endzeit die Entrückung. Jesus kommt zweimal. Er kommt für die Kirche unsichtbar. So er kommt der Kirche entgegen und alle wahrhaft Gläubigen werden entdrückt ihm in die Luft entgegen. Und da gibt es ja inzwischen ganz viele Kinofilme. Man kann sich das alle anschauen. Manchmal liegen die Klamotten da noch auf die Erde. Das braucht man ja im Himmel nicht. Und die wiedergeborenen Gläubigen sind dann mit Jesus in einer himmlischen Region und sind nicht mehr auf die Erde. Und die Entrückung der wahrhaft Wiedergeborenen wird auf der Erde natürlich ein Massenchaos anrichten. Es gibt ja gläubige Piloten. All die Flugzeuge stürzen dann grausam ins Meer oder fallen auf die Städte. Okay, also du meinst, der Pilot sitzt im Flieger, wird dann entrückt? Ja. Und dann gibt es ja niemanden mehr als Flugzeug. Vielleicht ist der Co-Pilot irgendwie Jude oder so. Dann kannst du Glück haben. Das ist ja ein bisschen so ein Nicolas Cage-Film, glaube ich. Ja, Nicolas Cage hat so Filme mitgemacht. Ich glaube, er ist doch Pilot, glaube ich sogar. Ich habe nur meinen Trailer gesehen. Ja, er brauchte Geld. Das ist ein furchtbarer Film. Aber es ist interessant. Man sollte sich das anschauen. Wir kommen noch zu Left Behind. So, und dann, ja, im großen Chaos der Welt wird der Antichrist dann natürlich Durchmarsch. Es wird einen Welteinheitsstaat geben, Welteinheitsregierung, Welteinheitsherrschaft. Die wird sich dann gegen Israel wenden, weil der Welteinheitsstaat wird sagen, eine Ostkrise vorbei. Wir schaffen überall Frieden. Und die Israelis, die das nicht wollen, Verfolgung, Bedrückung und so, die machen wir fertig. Es wird ein paar abgefallene Christen geben. Das ist in den Endzeitfilmen ja immer ganz wichtig. Also Israel ist das Volk Gottes auf Erden und ein paar abgefallene Christen, die dann aber gläubig werden vor Schreck, weil sie wissen, was jetzt los ist. Die wahren Christen sind aber nicht entrückt worden, weil sie abgefallen sind. Nee, wahre Christen sind alle entrückt. Nein, die wahren Christen. Die wahren Namenschristen. Die wahren Christen. Ja, wahren Christen, genau. Sind deshalb nicht entrückt worden. Also nicht richtig. Die wahren Christen sind entrückt worden. Und dann sind die da. Ja. Und dann ist das, was du so beschrieben hast. Und dann werden die aber wiederum gläubig. Die werden gläubig und die müssen durch die endzeitliche Verfolgung. Die werden dann antichristlicher Unterdrückung und so. Okay. Als die letzten Bescheuerten, die noch nicht verstanden haben, dass der Weltherrscher jetzt alles zum Guten fügt und so. Das ist so die Idee. Die bekehren sich und werden aber nicht entrückt, weil der Erdrückungszeitpunkt schon weg ist. Genau. Und jetzt müssen wir ganz kurz klarkriegen, dein Lieblingswort, den prämillenianistischen Dispensationalismus. Das müssen wir kurz klarkriegen. Du hast geübt. Also die großen Kirchen sind amillenianistisch. Das heißt, die wissen das gar nicht. Wenn du irgendeinen Katholiken oder ein Lutheraner sagst, sag mal bist du amillenianist, der guckt dich mit großen Rehaugen an. Ich glaube schon. Der weiß nicht, was du willst. Keine Ahnung. Wenn du es so sagst. Du wirst es ihm einfach erklären. Nein, es gibt amillenianisten nur, wenn es andere gibt. Das ist so wie Zismann oder so. Wenn man sagt, bist du Zismann, da gucken ja manche auch noch drauf. Und das gibt es ja auch nur, wenn es Transmann gibt. Und amillenianismus, also es gibt Leute, die sagen, das was Offenbarung 20 steht, tausendjähriges Reich, das ist eine realhistorische Epoche der Weltgeschichte, die noch kommt. Das ist die letzte Dispensation auf Erden. Das kommt noch. Und das sind die tausend Jahre, wo alle alttestamentlichen Verheißungen an das irdische Israel erfüllt werden. Das ist die Zeit, wo die Schwerter zu Flugschaden werden. Endlich. Wann soll das denn passieren? Schwerter zu Flugschaden. Das war noch gar nicht. Das war noch gar nicht. Ja, steht aber in der Bibel. Und das wird wortwörtlich erfüllt. Und da musst du schon ein bisschen allegoräse, dass du sagst, Atomwaffen werden auch irgendwie Flugschaden. Die haben ja eigentlich keine Schwerter mehr heute. Ja, die Schwerter, das ist ganz bitter, dass die Schwerter aus der Mode gekommen sind. Ja, oder? Die Hermeneutik. Nein, aber wir treiben Späße. Aber die Idee ist, also es muss erfüllt werden. Es wird ein messianisches Friedensreich werden. Israel, Weltherrschaft. So und die Völker aus aller Wert werden zum Zion pilgern. Alle werden anerkennen, so das wird einmal kommen. So und wann kommt das? Nach den sieben Jahren Endzeit. Sieben Jahre Endzeit. Antichrist, Verfolgung, Juden, Verfolgung der letzten Gläubigen. Und dann kommt Jesus mit der Gemeinde vom Himmel wieder. Aber ich will schon mal, Thorsten, wir hatten ja tausendjähriges Reich. Ja. Und dann kommen sieben Jahre Endzeit. Nee, nee, davor. Ja, in der Moment. Das war jetzt ein bisschen durcheinander. Nein, nein, weil, je nach System. Je nach System. Also, es gibt einen Postmillenianismus und einen Prämillenianismus. Millenianismus ist die Zeit, tausend Jahre Friedensherrschaft Israel auf Erden. Und die spannende Frage ist, kommt Jesus wieder vor den tausend Jahren oder nach den tausend Jahren? Also, in dem Modell eben mit Niklas Cate? Ja, kommt er zweimal wieder. Er kommt unsichtbar wieder für die Gemeinde, wird entrückt. Dann kommt sieben Jahre Endzeit. So und dann kommt Jesus mit der Gemeinde wieder, besiegt den Antichristen. Die Gemeinde und Jesus, die töten alle Feinde Israels. Und dann ist Riesenfeier und dann heißt es tausend Jahre Frieden, Gerechtigkeit auf Erden durch Israel. Jesus und die Gemeinde feiern weiter, nämlich Ostern oder so. Und dann gibt es eine letzte Krise und dann am Ende wirklich Ende der Welt, neuer Himmel, neue Erde, Neuschöpfung. Dann ist es ganz aus, so sind wir jenseits. So und es gab ein älteres Erweckungsmodell. Und dieses Modell heißt? Das älteres Prämillenianismus. Prämillenianismus, genau. Und Prämillenianismus ist im Grunde das, was in den letzten 150 Jahren modern wurde. Die alten Pietisten und Erweckungsleute gingen davon aus, das Evangelium ist da und Jesus sagt doch, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Also mal ran an die Arbeit. Und wenn wir alle Völker zu Jüngern machen und die großen Missionsbewegungen sind davon angetrieben, dann wird das Evangelium die ganze Welt prägen. Und das Evangelium wird wie ein Sauerteig die ganze Welt durchdringen, so sehr bis am Ende das Papsttum fällt und die Juden zum Glauben kommen. Das ist Spena, das ist Pietismus, das ist auch Jonathan Edwards, das ist im Grunde Erweckungsbewegung, erste und zweite Welle, die Erwartung, die Weltmission, dass alle Menschen überall die Chance haben zum Glauben kommen, wird den geistlichen Wasserspiegel so anheben, dass wir reif werden für die Wiederkunft Jesu. Und wenn wir alles so, dann kommt Jesus wieder und dann gibt es noch ein paar Idioten, die sehen dann endlich, was sie verpasst haben oder so. So Postmillenianismus, Jesus kommt nach dem tausendjährigen Reich und tausend Jahre heißt einfach christianisierte Welt. So und in den letzten 150 Jahren wurden viele Gläubige daran skeptisch, Darby hat ganz stark damit zu tun und es setzte sich dann wieder stärker durch, Prämillenianismus. Die Zukunftserwartung ist pessimistisch, die Welt geht immer mehr den Bach runter, immer mehr, es wird alles schlimmer. Nächste Station Antichrist, so und die antichristliche Herrschaft wird beendet, dadurch, dass Jesus wiederkommt und Jesus kommt und durch sein Kommen wird das tausendjährige Reich möglich. Also Prämillenianismus, Jesus kommt vor dem tausendjährigen Reich, das ist die pessimistische Zukunftserwartung. Postmillenianismus heißt, Jesus kommt nach dem tausendjährigen Reich, das ist die optimistische Erwartung. Das sind zwei Varianten von evangelikalen, pietistisch erweckten Menschen. Was passiert mit den Christen beim Prämillenianismus? Es gibt jetzt zwei Stufen, es gibt den klassischen Prämillenianismus und den dispensationalistischen Prämillenianismus. Das ist ja das Geile. So im klassischen Prämillenianismus und der ist alte Kirche übrigens auch. Da kannst du zurück bis Irenaeus und da halten alte Köpfe auch schon eine Idee. Die sagten auch, also Antichrist wird kommen. So und die Gemeinde wird natürlich den Antichristen erleiden. Und in Deutschland, also auch hier in Württemberg und so, also es gibt ja eine pietistische Endzeiterwartung. Für diese pietistische Endzeiterwartung ist ganz klar, wir waren Gläubigen, auf uns kommen schwere Tage zu. Die Menschen werden weltlich, sie werden gottlos. In der Kirche ist das Gräuelbild der Verwüstung längst. Moderne Theologie, progressives Christentum, das ist alles Gräuel, das ist endzeitlich. So jetzt ist die Kirche auch schon weltlich geworden. Der Staat, all das wird immer mehr kippen. Ja, wir werden verfolgt. Wir waren Gläubigen, werden verfolgt und es wird Bedrängnis geben, Trübsal. Und in der schlimmsten Tiefe der Verfolgung wird Jesus kommen und er wird den Antichrist töten und er wird uns trösten und dann tausendjähriges Reich mit Israel. Das wäre normaler Prämillenianismus. Auf dieser Erde tausend. Ja, auf dieser Erde, genau. Dispensationalistischer Prämillenianismus ist diese Entrückungskiste. Wir werden alle entrückt vor der Endzeit, kein Christ muss durch die Endzeit. Wir werden das im Himmel von so einer Art Logentribüne alles verfolgen. Aber wir müssen nicht mehr so richtig ins Harte und Schmerzhafte. Und das ist diese Darby-Idee, dispensationalistischer Prämillenianismus oder prämillenianistischer Dispensationalismus, wie du es möchtest. So und Pietisten haben es oft anders. Hier in Deutschland sind sie so ein bisschen kopfhängerisch, pessimistisch. Früher Späner, Edwards, so die Alten waren optimistischer. Und das ist eine der großen Beiträge von Darby, also diese Entrückungslehre, die in den USA teilweise die große Mehrheit der Evangelikalen auch überzeugt hatte. Ja, da gab es ja auch Bücher dazu. Es gab riesige Bücher und die Geschichte, ein bisschen zügiger müssen wir sie machen. Darby war in den USA, war oft in den USA, ich glaube so sieben, acht Mal und er reiste da hin und her. Ah ja, er reiste hin und her, er kam klar zwischen Boston, New York und Chicago. Also große Ideen und Neuengland, wenn man auf die USA guckt, das sind auch nur zehn Prozent oder so. Aber für die damaligen Verhältnisse war das schon das alte Kernland so. Genau, also die USA waren ja sozusagen auch noch nicht vollständig von Europäern besiedelt. Nee, nee, genau. Kalifornien war ja noch kein Hippie, war noch alles. Also ja, es waren schon amerikanische Kernlande. Und Darby war echt auch speziell, also er war im Grunde Evangelist für die Christenheit. Er hätte ja auch sagen können, ich gehe in China, da haben viele noch gar keinen Glauben. Aber er hatte schon die Mission, ich gehe hin in die Christenheit und meine Mission ist den Leuten zu sagen, ihr seid alle in der Kirche, das ist falsch, tretet aus, die Kirchen sind abgefallen. So, er war im Grunde eine antikirchliche Austrittsevangelisationsbewegung und hatte in dieser Zielsetzung nicht viel Erfolg. So, im Grunde war er aber schon sehr erfolgreich. Das, was er geboten hat, also diese Idee, es wird nicht alles immer besser, es wird alles immer schlechter, das fiel in den 1860er Jahren auf sehr fruchtbarem Boden. Warum? Amerikanischer Bürgerkrieg. Da war was. Amerikanischer Bürgerkrieg. 61, 65, dann wird Lincoln noch ermordet und so. Und danach, also es ist ja auch nicht Happy Clappy und so, du hast halbe Million Tote, mehr Tote als nach dem Zweiten Weltkrieg, das wissen die noch nicht. Aber es ist enorm, es ist sehr schlimm und dann irgendwie geht es weiter und es wird eigentlich gar nicht so richtig geil alles. Die im Süden sagen, jetzt sind die halt frei, aber schlecht behandeln werden wir sie immer noch. Man behält Rassensegration bei, es bleibt rassistisch, es bleibt irgendwie, es wird nicht so glorios für die Christenheit und viele haben das Gefühl, es wird nicht immer besser. Darby erklärt im Grunde heilsgeschichtlich, warum alles immer gefühlsschlechter und gottloser wird. Einer seiner größten Erfolge ist, dass er Dwight L. Moody für sich gewinnt. Dwight L. Moody ist einer der einflussreichsten Christenmenschen, der auch viel zu unbekannt ist. Ich war in den 90ern... Aber Moody ist doch so ein... Moody ist super bekannt, ne? Ja. Ja, genau. So ein bekanntes Herr. Ja. Also ich hatte im Theologiestudium, habe ich viele Leute kennengelernt, die irgendwann mal einen Brief von Luther gekriegt haben. Das war alles holy holy. Und hatte das Gefühl, Leute, die halbe Kontinente geprägt haben, muss man nicht kennen, wenn die Archivbestände nicht in Tübingen verfügbar sind. Also mich hat es in den 90ern wahnsinnig geärgert, dass unsere deutsche Kirchengeschichte schon super klug und so. Wir waren aber auch im Ignorieren und im Weglassen waren wir Weltklasse. Ja. Ich war ja auch mal dann in den USA und habe mir dann einen ganzen Koffer voller Bücher mitgebracht. Es gab kein Internet. Du hast einen Koffer voller Bücher. Koffer voller Bücher. Ich habe so, waren so 60 Bücher oder so, weil ich das Gefühl hatte, an deutscher Theologie wirst du irgendwie doof gehalten. Du kriegst, was weltweit prägend und einflussreich ist, gar nicht erklärt. Wir erklären uns selbst eigentlich immer genauer und detaillierter. Und hatte damals so, ich war dann voll evangelikal. Wo warst du? Chicago, New York? Ja, Ostküste rauf und runter. Und hast überall, wo du was Interessantes fandest? Mehr oder weniger ist das so. Ja, ja, ich war Ostküste einmal rauf und runter, habe überall geguckt. Dann gern natürlich auch antiquarisch, weil Geld ist teuer und so. Habe aber da viel abgestaubt und so. Und habe mich dann so richtig in evangelikaler Geschichte gebildet. Jetzt ist alles im Internet. Schade für die Stellfläche zu Hause. Aber okay. Aber Damudi war einer meiner großen Entdeckungen. Auch ein witziger Typ. Der hatte gar keine theologische Ausbildung. Gar nicht. Der war auch, der war kein Brain. Aber er war eine Fackel. Er war kein Brain, aber eine Fackel. Nee, wenn du den auf den Tisch gestellt hast, dann hat er Minuten gebraucht und Menschenmengenschwamm in Tränen, weil er so leidenschaftlich und feurig reden konnte. Er wurde irgendwann mal von so einer Organisation übernommen. Da wollten sie ihn prüfen. Und haben sie ihn gefragt, was genau ist am Kreuz Jesu passiert? Er meinte ja, da ist ungeheuer viel Liebe und Erlösung passiert und ich kann es im Detail nicht erklären. Und er brach in Tränen aus und er konnte es nicht erklären. Aber sie hatten den Eindruck, der ist ein bisschen schlicht, aber der fühlt das so tief, den können wir trotzdem nehmen. He's touched. Fand ich irgendwie eine geile Geschichte. Das muss man heute auch sagen. Erklär es richtig oder weine wenigstens. Dann glauben wir, dass du gläubig bist. Ja, aber du hast es auch gerade so als Kregensatz, Brain und Fackel. Ja. Gibt es für dich auch Leute, die Brain und Fackel sind? Ja, das wäre eigentlich die Idee. Also ich glaube, Wesley hatte schon die Idee. Edwards. Edwards hatte genau die Idee und sie ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. So. Ja. Ja, ja. Okay. Gut. Moody, warum ist der wichtig? Er war ein tierisch erfolgreicher Evangelist und er hat damals aber diesen Shift gemacht. Weckt von der optimistischen zu pessimistischen Variante. Er war auch der Überzeugung, Endzeitpredigt ist ein super Tool auf der Straße, den Leuten Druck zu machen, sich zu bekehren. Ja. Also Endzeitpredigt, Heiligungspredigt, all diese ganzen Dinge. Und er war gleichzeitig jemand, der, er hatte selbst keinen Bildungsgang. Er hat aber stark Menschen beeinflusst, Bibellesen aus Gründen der Heiligung. Er hat im Grunde zwei Stränge in sich vereint. Und zum einen diese heiligungsbewegten Dinge, dieses Higher Christian Life, da war er total für, voll hingegeben. Ja. Nur wer richtig hingegeben lebt, kann als Fackel auch brennen. So und ansonsten Weltverachtung, tiefer Pessimismus, Endzeit, Ernst und Befürchtung. Das hat er so zusammengefügt. Die Heiligungsleute waren eigentlich Optimisten. So und diese Endzeitmenschen waren gar nicht so die super Fackeln auf der Straße, weil sie immer so depressiv waren. Moody hat das zusammengekriegt und dann den Leuten auch gegeben, so den Impuls, ihr müsst Bibel lesen, ihr müsst euch bilden. Moody Bible Study Institute. So, da sind Bildungseinrichtungen hervorgegangen, was irgendwie auch ganz schön ist, dass von so einem Nicht-Brain der Impuls kam, Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen. Und da kam dieser ganze Darby-Impuls dann auch rein, dass die dann das Gefühl hatten, jawohl, und die Bibel als System, als System der Wahrheit ist so wichtig, dass wir das klarkriegen. Im letzten Drittel 19. Jahrhundert breitet sich das tierisch aus. Es gibt so Niagara Bible Conferences. Niagara Niagara-Fälle. Genau, da haben die sich so drangehängt in den großen Seen. Jedes Jahr Bibelkonferenzen, das war so eine Drehschebe für Endzeiterwartung, für Dabismus, für Brüder bewegte Gedanken. Dann William Blackstone, ein Bestseller geschrieben, Jesus is coming, 1882. So, es ist ernst, die Zeichen der Endzeit. Und William Blackstone, der hatte damals schon auf dem Schirm das, was zur Lehre natürlich gehört, Israels irdische Schicksal. Die Folge zieht sich so ein bisschen durch den Dabismus. Es ist ja eigentlich die Folge christlicher Zionismus. Ja, ich weiß aber. Deswegen, weil das ist der Schlüssel darin. Israel hat eine irdische Zukunft und hat eine irdische Zukunft als Land in Israel. Und das ist für die völlig klar, 1880er, 92er Jahre. 91 macht der Riesen-Unterstützungsfrage an den US-Präsidenten, Rockefeller unterschreibt, JP Morgan unterschreibt. Die USA mögen alles tun, die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina zu unterstützen. Ja. So, jetzt kommen die Dinge zusammen. Aber aus der Logik, wenn Israel nicht sein tausendjähriges Reich irgendwann kriegt, kriegen wir auch nicht unser himmlisches Jerusalem. Ja, die Endzeit hängt so ein bisschen daran, dass Israel ein Endzeitbewusstsein kriegt. Und wenn die das kriegen, wenn die sagen, Zion, Israel, dann hörst du die Glocken des himmlischen Jerusalems, so. Also im Grunde auch die Wiederkunft Jesu, auch die Erste, ein bisschen hängt dir ja daran. Denn danach hast du nur sieben Jahre. Also Jesus kommt, wenn einigermaßen die Dinge bereit sind. So, und wenn in Israel überhaupt ein Israel ist, was ein Antichrist verfolgen kann, dann ist gut. Wenn der die nicht mal findet. So, wenn die da komplett assimiliert sind. Ja, wie willst du die verfolgen? Ist sehr mühsam. Gut, Nazis haben es geschafft leider. Aber im Grunde die Idee war schon, Israel muss in Israel wieder ein Land werden, sonst läuft es nicht. Aber das hat doch irgendwie so was Brettspielartiges. Ja. Wo du da sitzt, du hast irgendwie, musst sowas bauen und du kannst aber bestimmte Sachen erst kriegen, wenn du Voraussetzungen geschafft hast und musst dir dann erst dies und das besorgen. Genau. Also sehr, so ein System. Es ist ein System und du musst da auch, also sehr komplizierte Exegesen und das Ganze mit der Entrückung, also das ist, also ist schon ein bisschen Wahnsinn. Du musst mehrere Bibelbücher übereinander gegen das Licht der Sonne halten und dann behaupten, bei Vollmond siehst du es. Also normalerweise nirgendwo, nirgendwo findest du das. Du musst den ersten Thessalonicher irgendwie kombinieren mit Philippa und das dann gleichzeitig mit der Philadelphia Laodicea Theorie und es ist. Aber damit du überhaupt von der Entrückung sprechen kannst. Ja. Du würdest sagen, es gibt keine Bibelstelle, aus der man das nur rauslesen kann? Ja, würde ich behaupten, ja. Aber was ist denn ein Thessalonicher? Also heute gibt es ja zum Beispiel von Antti Wright die Idee, so Jesus wird wiederkommen. Ja. So und er sagt, wenn eine hochgestellte Persönlichkeit kam, was haben alle gemacht? Sie gingen ihm entgegen und haben ihn abgeholt. Und das ist ja Palmsonntag. Jesus kommt in Jerusalem, alle gehen ihm entgegen und holen ihn ab und bringen ihn rein. Ja. Und das wäre nach Antti Wright die Lösung dafür. In Deutschland hat man sich oft gar nicht da interessiert. Er sagt, die Idee ist, Jesus kommt vom Himmel wieder. So und kurz bevor er landet, werden die Gläubigen ihm entgegen gerückt, holen ihn quasi ab und landen mit ihm nochmal. Aber sie verschwinden nicht mit Jesus im Himmel, um die Welt sich selbst zu überlassen. Sondern die Entrückung fällt in eins mit seiner wunderbaren Wiederkunft. Und das scheint mir am Ende des Tages plausibel. Also die Idee Entrückung bedeutet, wir ziehen irgendwo im Himmel ein und gucken dann sieben Jahre der Endzeit zu. Ich weiß auch nicht, wie man erleuchtet sein muss, dass man das in der Bibel glaubt finden zu können. Ja. Aber da bist man, haben es geschafft. Die Scofield-Bibel ist dafür ganz wesentlich. Hast du eine da gerade? Syros Scottfield. Ja. Ich bin im Besitz keiner. Ja. Aber ich habe geguckt, es gibt 2015, die achte Gesamtauflage ist in Deutschland auch erschienen. Mhm. Mit dem Textstand der Elberfelder Bibel. Was sonst? Und in der Beschreibung, also jetzt kurz zu Scottfield. Scottfield ist ja jemand, der auch letztendlich diese Studienbibel in 1909 zum ersten Mal in den USA rausbringt. Also so ein bisschen in der Strömung ist, was du gerade beschrieben hast, oder? So Bibelbildung, Moody Colleges, man trifft sich. Bible College und so. Und dann kommt das raus. Und in der Beschreibung zu der Bibel kann man heute lesen, charakteristisch für diese Bibel ist die heilsgeschichtliche Herangehensweise. Scottfield hat eine sich fortschreitend entfaltende Offenbarung Gottes in der Bibel entdeckt und daraus verschiedene Zeitabschnitte abgeleitet. So ergibt sich eine besondere Gliederung der Geschichte. Es ist im Grunde das System. Ja. Genau. Und es ist eine Bibel, die durch lauter Fußnoten dich in ein darbestisches Systemdenken einführt. Das Versprechen ist dann, verstehst du die Bibel wirklich? Es ist natürlich schon wirklich krass, dass du einen solchen Filter über die ganze Bibel ausspannst und durch lauter Fußnoten querverweise im Grunde lernst, alle Bibelstellen in ein Systemdenken hinein zu überführen. Aber jetzt ist ja die große Frage, das ist ein Schriftverständnis, Verbalinspiration, eins zu eins. Aber wie kommt man dazu, dass es dann so kompliziert ist? Also man hätte ja auch sagen können, okay, Verbalinspiration, aber warum muss ich jetzt das und damit verketten und bei Ezechiel gucken und das gibt es einen Verweis dahin und das muss ich damit zusammenbringen und erst wenn ich das noch finde und so. Das ist ja wahnsinnig kompliziert. Aus Bibeltreue. Aus Bibeltreue und ein großes, ja wie sollen wir sagen, Ding ist einfach, alle alttestamentlichen Verheißungen müssen wörtwörtlich erfüllt werden. Ja. Das ist im Grunde der Punkt. So und dann ahnst du, kommst du in echte Probleme und diese Probleme werden dadurch gelöst, dass du immer Trends im Kopf Israel und die Kirche. So, das heißt, es gibt eine Israel-Zukunft auf Erden. Die musst du aus dem Alten Testament letztlich erheben und die musst du als Voraussetzung mitlaufen lassen, wenn du die Johannes-Offenbarung liest. Das ist ja dann der Trick. Also in der Johannes-Offenbarung sind die Christen ja dann schon im Himmel und Israel auf Erden und ein paar andere steht da auch nicht. Aber wenn du die Hermeneutik hast, dann liest du im Grunde ganz stark auch von Zacharja und Jesaja, ganz wichtige Kapitel und so und es läuft immer hinaus drauf, neuer Tempel, so ein neues Zentrum der Welt in Israel, Weltherrschaft Israel is coming. So, das ist der Punkt. Thorsten, du als Theologe. Ja. Kannst du irgendwie, also könntest du dir irgendwie vorstellen, dass man das seriös so einen Bibelzugang schaffen kann? Nein, gar nicht, gar nicht. Nein, es ist eigentlich so unglaublich abwegig, dass es schon auch interessant ist und das 20. Jahrhundert macht jetzt aber wirklich was Wildes damit. Im Grunde kann man sagen, im engeren Sinne ist so ein Bibelzugang sehr speziell und das mag jetzt böse klingen, aber ich finde es nicht weniger speziell als andere Sondergemeinschaften wie Mormonen oder Adventisten oder sonst wie. Sehr speziell, also einfach irgendwie auch gar nicht naheliegend. So, die Weltgeschichte, die wir in der letzten Folge erzählt haben, ist jetzt aber ein echter Gamechanger. Also die Gründung eines Staates Israel 1948 ist dann natürlich ein Triumph. Wenn du dein Leben lang gesagt hast, ihr lacht jetzt, aber ihr werdet euch noch wundern, ein Staat Israel wird entstehen. Das befeuert natürlich das Gefühl, wir sind die ganze Zeit hier schon einer ganz heißen Sache auf der Spur. Und das, was wir seit 100 Jahren denken, es passiert vor alle Augen. Jetzt ist es da. Jetzt ist es da. Wir haben es euch immer gesagt. Wir haben es euch immer gesagt. So, und das ist natürlich endzeitlich und jetzt ist auch klar. Jetzt musst du Daniel und so weiter und die damalige Erwartung war, 48 ist die Gründung des Staates Israel. Wie lange wird es den in dieser Form geben? 40 Jahre. So, für viele klar, das ist jetzt hier eine Epoche, die wird maximal 40 Jahre sein. Warum 40 jetzt? Weil, ist einfach so. Bei 700.000 wäre ich dabei gewesen. Irgendwie. Also, nein, es ist auch, aber es war immer so die Idee. Und 67 war dann natürlich, also wir sind echt auf dem richtigen Weg. Jerusalem ist erobert. So 48 hast du ja echt so so einen Flickenteppich in Israel gehabt und ohne alles. Also alles war irgendwie, alles richtig schön und Wichtige war nicht dabei. 67, Israel ist jetzt ins biblische Israel überführt worden. In einem Krieg, da waren sie alle sicher, das ist ein Wunder von Gott. Gott hat da auch komische säkulare Kriegshelden benutzt oder so. Alles egal, es war ein Wunder von Gott. Sowjetunion hat Füße still gehalten und so. Mehr geht nicht. Und jetzt ist richtig Endzeit. Und das führt zu einem riesen Aufschwung der Endzeit-Theologie in den USA. Also jetzt geht das nochmal so richtig ab durch die Decke. Hell, Lindsay. Hell, Lindsay. Alter Planet Erde, wohin? Wir haben das in einer anderen schönen Folge von Wort und Fleisch, glaube ich, schon ausführlich mal gewürdigt. Du hast es schon mal hoch in den Anfängen, ne? Es war, glaube ich, recht am Anfang. Recht am Anfang? Kam. Keine Ahnung, googelt euch durch. Also auch in meinem Buch Mensch mit Mission gibt es da ein ganzes Kapitel. So apokalyptische Endzeit-Erwartungen. Hell, Lindsay. Weltbestseller. Hatte in den frühen 70er Jahren eine Weltauflage von 30, 40 Millionen. Es war das meistverkaufte Sachbuch seiner Zeit. Also bis heute ist es in den Bestsellerlisten sehr, sehr stark. Es war ein Riesending. So und ob amerikanische Präsidenten oder US-Rockstars, alle hatten Hell, Lindsay in der Hand. Selbst Bob Dylan ist davon bekloppt gemacht geworden. Nein. Bob Dylan stand mit Hell, Lindsay, alter Planet Erde, auf der Bühne und hat die Leute zur Bekehrung aufgerufen. 78, 79, 80. Hat super Musik gemacht. Der hat doch so vier christliche Platten, wie man so sagt. Ja, drei Stück. Das waren seine Jesus Years. Und er hat in diesen Jahren aber auch tatsächlich Hell, Lindsay gepredigt. Oh nein. Seitdem ist er ganz ruhig auf der Bühne. Also er quatscht ja da nicht, weil er weiß, als er viel geredet hat auf der Bühne, gab es viel Grund, sich da mal zu schämen und so. Das ist nicht nett, dass du das jetzt erzählt hast. Nein, aber es hat natürlich viel angestoßen. Und es war ja schon auch ein Erweckungsschub für die Christenheit. Ja. Es ist damals viel entstanden, ob Calvary Chapel oder all diese ganzen Vinyard und so, all das ist damit entstanden. Diese Endzeit-Literatur war riesig bedeutsam. Ja. Und der ganze Nahost-Konflikt wurde intensiv befeuert von einer christlichen Endzeit-Theologie und einer Politik des christlichen Zionismus in den USA. Jetzt sind wir im Zentrum des Themas. Vielleicht nochmal zum Erscheinungsdatum. Das Buch kommt ja kurz nach dem Sechstagekrieg raus. Ja. Das ist ja auch irgendwie fast programmatorisch. Und er bleibt ja in der Spur. Also Lindsay veröffentlicht weiter, aber es sind ja immer so Bücher mit Titeln wie Satan ist lebendig und es geht ihm gut auf dem Planeten Erde. Ja. Oder The Late Great Planet Earth Songbook mit Liedern wie Jesus wird kommen, Jesus kommt wieder, Jesus wird bald kommen. Also das ist so sein Riesenthema. Ja. Und vielleicht auch nochmal einen Filmtipp an der Stelle. Es gibt ja auch einen Film dazu, der so ein bisschen spät kommt. Das ist Anfang der 80er, glaube ich. Und da gibt es eine schöne Sequenz. Wo ein Computer in dem Film eine numerologische Analyse der Namen von verschiedenen Politikern macht. Um herauszufinden, ob Jimmy Carter, Ronald Reagan oder Ted Kennedy, der Antichrist sind. Ja. Und Herr Lindsay tritt als Co-Erzähler auf und spricht relativ kühl, aber auch fast enthusiastisch über die Aussicht auf die weltweite Zerstörung. Also das ist schon ein starkes, crazy Gemisch. Genau. Und der hat zum Beispiel Dallas Theological Seminary seinen Abschluss. So, das ist die Bildungsstätte für, wie sollen wir sagen, wissenschaftlich bearbeiteten Darbismus. Okay. So, da gab es viel. So, und mit Herr Lindsay wird es natürlich ein riesen Popphänomen. Und das am Anfang erwähnte Buch von Hamel legt das ausführlich aus. Also ein bisschen am Rande stand so darbistisches Denken immer. Es war irgendwie interessant und wichtig. Hat Fundamentalismus auch geprägt, aber so ein bisschen abgefärbt. Aber jetzt wird es zentral. Es wird für die evangelikale Welt der 70er Jahre total zentral. Dieses Denken, Endzeit ist real, Israel ist Gottes erwähltes Volk. Was da passiert, ist Weltgeschichte und Heilsgeschichte. Und wir müssen an der Seite Israel stehen. Wir müssen Israel segnen. So, es kommen diese ganzen Filme, diese Left-Behind-Kisten. Es gibt später eine Left-Behind-Serie von Tim LeHaye in den 90ern. Die wird noch erfolgreicher. Die schießt noch mehr durch die Decke. 60, 70 Millionen Gesamtauflage. So, das Ganze in Romanform. Das Interessante ist, Herr Linceys Endzeitbücher hatten irgendwann so einen leicht ranzigen Geschmack. Warum? Für ihn war klar, das Antichristliche Reich ist der Kommunismus. Der Kommunismus, das ist das Böse. Und der Kommunismus, der wird über Israel herfallen. Europa wird kommunistisch werden. Gibt schon lauter Linke in Italien, Frankreich, Deutschland und so. Ganz viele Linke, eklige Typen und so. Und alles wird Kommunismus werden und so. Und die USA werden der letzte Hort der Freiheit gegen den Kommunismus sein. Bei denen findet man dann auch ganz viel USA-Dinge in der Bibel. Das wird auch immer lustiger. Also USA kriegt dann auch so einen Besonderstatus, oder? Und nimm die Mormonen. Darum finde ich also diese Amerikanisierung des Christentums. Du hast es bei den Mormonen ja richtig krass mit eigener Heiliger Schrift und so weiter. Ich finde Evangelikalismus ist auch eine Form von Amerikanisierung. Die schreiben sich in die Heilsgeschichte ein. Die finden sich dann auch in der Bibel. Die sind im Grunde diejenigen, die dem Antichristen entgegentreten und mit den beiden Zeugen und so. Also da kriegst du immer so amerikanische Gefühle, dass du den Antichristen natürlich bekämpfen musst. Du sollst ja da nicht weinend zu Hause sitzen und auf deine Exekution warten oder so. Du sollst natürlich dagegen ankämpfen. Und da hatten die richtig Bock drauf. Und Tim LaHaye und die Left-Behind-Serie muss damit klarkommen, dass der Kommunismus gar nicht den Antichristen hervorbringt. Aber die schütteln sich kurz. Und ja, ist klar, man findet schon eine neue Achse des Bösen. Die neue Achse des Bösen ist der liberal-humanistische-säkulare Westen. Ja. So der Humanismus ist das Böse. Diese ganze säkulare Welt. Und ja, Islam, das sind immer so die Kampfeshorten. Also die lassen den Islam überall rein. Auch diese ganzen Umvolkungen, diese ganzen Kisten. Das sind so die beiden Pole des Bösen. Liberaler westlicher Säkularismus und Islam und Moslems sind die Feinde Israels. Die Feinde des gläubigen Amerikas. Und da hast du neuen Stoff für die Filme. Das musst du erstmal wieder anpassen, dass es auch stimmt ohne Moskau. Jetzt ist dir das heute ja alles ein bisschen Suspekt, Thorsten. Das hört man ja raus. Ja, das hört man raus. Gleichwohl, der Erfolg und die Faszination ist doch nachvollziehbar. Ja. Du bist doch auf einmal, liest du Bibel und da geht es nicht um irgendein fremdes Volk aus einem fremden Land. Du sitzt irgendwie in Kansas oder so. Und auf einmal begreifst du, wir kommen da vor. Und das, was ich da gerade lese, hat was mit dem Hier und Jetzt zu tun. Mit der Zeit, in der ich lebe. Und auch letztendlich mit dem Land, in dem ich gerade bin. Also das ist doch unheimlich ansprechend. Ja, total. Also die Idee, du liest in der stillen Zeit Zacharja und da wird genauer berichtet über die Gegenwart als in der Tagesschau. Ja. Da fühlst du dich schon mächtig. Das ist schon, also du wirst da sehr belohnt. So entdeckst du ständig Geheimnisse und so und findest da ständig raus. Und du hast ja irgendwann dann auch das Fernsehen in der Bibel, der Antichrist, das Tier, das zu allen spricht. Da sagst du, ist von der Bibel her vorhergesagt. Weltweites Reich ging ja früher gar nicht, dass alle die Stimme des Tieres hören. Das geht mit Radio, das geht mit Fernsehen, das geht mit Internet. Du kannst lauter Ostereier in der Bibel finden, wenn du damit rechnest. Wenn du bereit bist, dass was in der Bibel steht, nicht ein Text aus dem ersten Jahrhundert nach Christus ist, sondern ein ewiger Text, in dem der prophetische Geist Dinge vorhersagt, die in der Zukunft passieren. Ja. Ja, super. Ist es. Bibel lesen ist sehr viel spannender, als wenn du irgendwie immer weißt, oh, ich müsste ganz viel Zeitgeschichte, erstes Jahrhundert, um das wirklich zu verstehen. Also liberale Theologie ist demotivierend, dadurch, dass man ahnt, was man alles können müsste. Ja. Das ist super motivierend, weil der entscheidende Schlüssel ist immer der Heilige Geist. Und du kannst ständig damit rechnen, dass in der Bibel etwas steht, was dir im Alltag hilft, die politische Weltlage der Gegenwart besser zu verstehen. Aber gleichzeitig kommt es natürlich so ein bisschen in so eine Subkultur. Ja. Also weil du hast so auserwählt, Geheimwissen so ein bisschen, was die anderen nicht checken, was die Tagesschau nicht versteht. Und das ist irgendwie vielleicht ein gutes Gefühl, aber trotzdem bringt es dich auch so ein bisschen, es entfremdet dich von deiner Umwelt. Ja, von den Städten. Aber sonst, wenn du in Alabama lebst, da bist du keine Subkultur. Minus Städte sind alle irgendwie vernünftig oder so. Nicht noch alle, dass die Idioten in Washington nichts hinkriegen oder so. Und wir unsere Freiheit verteidigen müssen gegen die da, die Ungläubigen. Nein, das ist das Witzige, dass in den USA ja aus Subkulturen, die sie waren, ja Mehrheitskulturen in vielen ländlichen Regionen geworden sind. Das ist ja tatsächlich passiert. Und hat aber auch diesen riesen Kulturkampf befeuert, was im Grunde die demokratische Kultur des Landes vielleicht zerstört oder vielleicht fast zerstört hat, kann man ja gar nicht sagen. Aber so dieses Gefühl, dass zwei Kulturen sich total feindselig gegenüberstehen, das ist in den USA eine Realität. Und man kann historisch schon nachzeichnen, dass die christliche Rechte, die religiöse Rechte, sehr massiv apokalyptisches und dualistisches Denken übertragen hat in die politische Auseinandersetzung. Denn zuerst reden in den 70er Jahren die christliche Rechte so. Es sind Leute wie Jerry Falwell und Pat Robertson und James Dobson, die so von Freund und Feind reden. Heute redet die ganze republikanische Partei so. Der Stil hat sich komplett durchgesetzt, nur dass du heute gar nicht mehr so super evangelikal sein musst. Auf Trump schwören reicht auch. Aber die Kultur ist so geworden und der Kulturkampf, es ist eine Realität. Also das, was mal irgendwie eine religiöse Vorstellung war, ist durch permanente Politik und Glauben daran, dass es so ist, wirklich so geworden, wie man geglaubt hat, dass es ist. Das Schwarz und Weiß, Licht und Finsternis sich diametral voneinanderscheiden. Ja, ich finde es tragisch, aber es ist so geworden. Gerade in der Endzeit, oder? Ja, in der Endzeit, genau. Dein Spitz ist ja zu. Das ist auch eine selbstgemachte Endzeit. Und die Befürchtung oder Unterstellung vieler ist, dass der große Krieg Hamageddon, von dem diese Menschen glauben, dass er um Israel stattfinden muss, dass sie mehr oder weniger auch alles tun, um ihn zu schüren. Weil die politischen Folgen des christlichen Zionismus jetzt natürlich auch klar sind, wir brauchen keinen Friedensplan. Wir brauchen keine Versöhnung. Wir brauchen keine Sekunde Gedanken daran verschwenden, wie Juden und Muslime miteinander klarkommen können und Israelis und Araber. Wofür? Wenn Gottes Plan und die Ziele des Antichristen sowieso sind große Scheidung. Ja, dann stellen wir uns gleich darauf ein und dann machen wir da nicht irgendeinen Wischiwaschi-Harmonie-Gesäusel oder so, sondern dann ist Freund-Feind-Politik eben auch immer angemessen. Und dann ziehen wir es jetzt auch schon durch. Aber man wird dann ja zum aktiven Part. Es ist nicht mehr dieses Gott macht und wir gucken zu, sondern man weiß, aha, so soll es laufen und wir wirken jetzt auch mit, dass es so kommt. Und das können wir jetzt nicht so ausführlich aufarbeiten, wie schöne Bücher das machen über die christliche Rechte und so. Aber du kannst im Grunde sehen, für die Leute ist klar, dass alle Friedenspläne und Friedensideen für Israel völlig überflüssig sind. Gott hat Israel das ganze Land gegeben. Das ist einfach Gottes Wille. Und die Palästinenser sind da überflüssig. Die stören, die gehören da raus. Israel muss das ganze Land kriegen. Sie müssen ganz Jerusalem kriegen. Sie brauchen ein Tempel. Sie brauchen eine rote Kuh. Die rote Kuh! Ohne die du irgendwie auch nicht alle Opfer so richtig und so. Das musst du machen. Was, jetzt sag mal, rote Kuh. Ja, rote Kuh. Also das sind ja Dinge, die du irgendwo in der Tora stehen hast. Ja. Und das sind natürlich alles jetzt so Sachen, wo du überlegen kannst, ist das jetzt alles möglich, ist es nötig. Du brauchst halt eine Priestertum. Und du brauchst ein Tempel. All das ist nötig. Du hast dafür natürlich noch ein bisschen Arbeit. Du musst die Al-Aqsa-Moschee sprengen, den Felsendom. Du musst da mit die heiligsten Städten den Islam auslöschen. Also wir sind jetzt wieder in einem Szenario, bestimmte Dinge müssen passieren, bis irgendwann Jesus zurückkommen kann. Ja. Und wenn die nicht passiert sind, wird er nicht kommen. Genau. So, also und jetzt brauchen wir, dieses Ritual ist mit dieser Kuh, die ist möglichst unversehrt. Genau. Numerie, fehlerlose, einwandfreie, rote Kuh. So, und die Asche einer makellosen, roten Kuh wird benötigt für zeremonielle Reinigung. Die brauchst du. Und da hat sich bei manchen so die Idee durchgesetzt, wir brauchen die. Wie schön, dass man heute in Züchtung ein bisschen weiter ist. Und offensichtlich gibt es amerikanische Kreise, christlich Zionismus und so weiter. Die, für die das echt ein Projekt ist und so. Also ich habe gelesen, die Kuh ist da. Die Kuh ist da. Die Kuh sind da. Also alles ist bereit. Und dann müsste das nächste, genau, der Tempel muss kommen und der muss halt da stehen, wo jetzt die Al-Aqsa-Moschee steht. Das heißt, also dieser christliche Zionismus hat sozusagen in dieser Ausprägung ein absolutes Go dafür. Ja. Und er trifft sich jetzt mit einem religiösen Zionismus, einem speziell religiösen Zionismus im Judentum, der das auch will. Ja, und das ist die große Koalition, die wir in den Grünen haben. Genau. Also es gibt diesen, wie sollen wir sagen, national, rechtsreligiösen, israelischen Drive nach vielen Jahren linksliberaler Dominanz, nicht mehr zu glauben an die demokratische Vision eines binationalen oder sonst wie zweistaatlichen Einvernehmens mit den Muslimen, sondern die ganz schlecht sagen, nee, die wollen keinen Frieden. Wir wollen jetzt auch keinen Frieden mehr. Wir wollen Groß-Israel. Das ist Gottes Verheißung. Und der Support der USA ist dafür natürlich eine Lebensversicherung. Das ist dafür entscheidend. So, dass man im Grunde sagen kann, die letzten 30 Jahre, also demokratische Präsidenten haben hier und da noch versucht, Obama hat als Letzter vorfühlen lassen. Aber Obama hat mehr oder weniger mitbeteilt gekommen, dass in Israel keiner mehr Interesse hat an irgendwelchen Friedensprozessen. Das, was wir mit Oslo hatten, also Clinton und so weiter, das war nicht mehr Bush Senior. Jimmy Carter vorher. Jimmy Carter, Clinton. So, Bush Senior hat ja auch das Ganze betrieben. Bush Senior war halt der letzte republikanische Führer, der jetzt noch nicht so mit der religiösen Rechten klarkam. Die mochten ihn ja auch nicht. Bush Junior mochten sie viel lieber. Der war altkonservativ. Also verrückterweise ist Bush Senior aus heutiger Sicht die gute alte Zeit. Und der war ja auch, hat ja da wirklich auch versucht, Leute zusammenzukriegen, hat auch ein bisschen was bewegt. Aber es war dann schon zweite Intifada. Zweite Intifada, wir hatten es ja in der letzten Folge angesprochen, ist ausgelöst worden dadurch, dass Ariel Sharon den Tempelberg besucht hat. Und jetzt muss man sich zu Ariel Sharon grob erinnern. Er war der Verantwortliche für das Massaker im Libanon, tausende Tote. Er war ein extrem rotes Tuch für alle Palästinenser. Er galt als schlechter, als Gewaltmensch, als Feind der Muslime und der Palästinenser. Sein Besuch des Tempelbergs in angespannter Zeit hat man gelesen, dass er für den Likud im Grunde deutlich macht, das ist unser. Zweite Intifada hieß jahrelang Steine werfen, Bomben, Selbstmordattentäter. Und da ist dieser Versuch von Bush Senior, Frieden voranzubringen, gescheitert. Im Grunde, viele würden sagen, provoziert durch Ariel Sharon. Er wurde ja dann noch kurz, Vermittler auf einmal, hat Gaza aufgegeben, Siedlungen abgeräumt. Eine Partei links vom Likud gegründet und ernsthaft die Idee verfochten, vielleicht geht ja doch was. Dann fiel er ins Koma. Pat Robertson, berühmter christlicher Redner USA, fiel ins Koma. Er hat jahrelang im Koma gelegen und Pat Robertson sagte, Gott selbst hat das im Grunde verfügt. Er wollte Land abgeben, Land abgeben an Israel. Und alle, die das tun, geht nicht. Gott selbst hat Rabin getötet, weil er Land abgeben wollte. Ich dachte, das war so ein Terrorist. Ein Terrorist war ein rechtsisraelischer, fundamentalistischer Terrorist. Aber der hat gut gewirkt. Und ich hatte Zugang zu christlichen Kreisen und ihren Medien, wo das so war. Rabin wollte Land opfern. Das war kein rechter Israeli, der ihn ermordet hat, sondern Gott selbst. Und es gab ja Rabiner, Raminer, die im Grunde ihn verflucht haben, ihn für freiwillig erklärt haben. Es gab Rabiner, die auch Sharon und so gesagt haben, du opferst Gaza, du räumst Siedlungen, du stellst dich feindlich gegen dein eigenes Volk. Dass Sharon ins Koma fiel, deutete man als Strafe Gottes. Und in all diesen Dingen, es gab ja dann viele und so, auch Sadat, auch Sadat. Der Friedensvertrag Israel-Egypten wurde kurz danach ermordet. Also alle, die irgendwie was Gutes oder, sagen wir mal, was Frieden-Dialog-Förderndes oder sonst wie werden abgeräumt. Und christliche Rechte USA, christlicher Zionismus und dieser Groß-Israel-Zionismus in Israel. Nicht der Zionismus, nicht der Staat Israel, nicht die Juden, sondern diese rechtsreligiöse nationalistische Fraktion sind sich da einig, dass es keine Friedenspolitik braucht, sondern in dieser Welt haben sie eine ultra zwei reiche Lehre. Frieden ist privat, persönlich und so weiter. In der Welt starke Bewaffnung, starker Staat, Macht und Gewalt. Eine andere Sprache hat Gott für diese Welt nicht zur Verfügung. Die nutzen wir halt. Aber das ist schon, also jetzt mal aus einer ganz naiven Perspektive, schon sehr weit weg von so einem Jesus, der sagt, halt ihm die andere Wange hin und liebe deinen Nächsten. Ja, ist was anderes. Ja, aber da ist dann so ein Moment von, die Welt ist halt nicht so. In der Welt, da gibt es auch Härten. Und jetzt aus deutscher Sicht müssen wir sagen, also das ist ja altdeutscher Nationalprotestantismus. Also so konnte man auch das Dritte Reich rechtfertigen, dass du immer sagst, die Bergpredigt ist fürs private Vergnügen. Thorsten, du hast gerade keinen Nazi-Vergleich gemacht. Ich habe keinen Nazi-Vergleich gemacht, sondern ich habe den Nationalprotestantismus genannt, der Gewaltpolitik rechtfertigen konnte mit einer Zwei-Reiche-Lehre, die einfach alles legitimiert. Und ja, in der Welt ist es halt so. In der Welt ist es so, da ist Machtpolitik legitim. So, und es wäre Unsinn, Frieden und Verhandlungen zu betreiben, wo Politik einfach anders funktioniert. Es wäre dumm. Ja, es wäre dumm. Wenn die anderen wollen, man kann immer Frieden, aber natürlich unter Wahrung eigener Interessen. Und Land Gottes ist nicht verhandelbar. So, Jerry Fallbill sagt, Gott has blessed America because America has blessed the Jews. So, der Reichtum, der Wohlstand Amerikas nach dem Zweiten Weltkrieg hängt daran, dass wir an der Seite Israel standen. Wenn wir nicht mehr an der Seite Israel stehen, wird Gott uns strafen. Das ist für viele ganz lebendig und ganz starkes Gefühl. Insofern gibt es natürlich auch diese Lobby-Gruppen Christians United for Israel. Große Organisation, Abermillionen, Mitglieder, Para-Church-Organisation, die ganz schlicht darauf achtet, Politiker, die was werden wollen, die kriegen bei uns einen Stempel. Sind sie für Israel oder nicht? So, und in der republikanischen Partei ist ja inzwischen völlig klar, Du wirst gar nichts mehr, wenn du nicht gegen Abtreibung und für Israel bist. So, da sorgen genug Lobby-Gruppen dafür. Also, da ist es der religiösen Rechten schon verblüffend gut gelungen, einfach diese Sperrminorität einzufügen. Die sind ja nicht die Mehrheit der US-Bevölkerung so. Das ist ja ein Viertel oder sonst wie. Aber es reicht absolut. Nun, es gibt keine säkular-konservativ-liberale Kraft mehr, die in den USA irgendwas bewegen kann. So, wenn du nur zwei Parteien hast, ist schlecht. Dann hast du eben die Achse Trump, religiöse Rechte, die ist stabil. Weil Trump natürlich sehr strategisch klug sagt, eure Ziele mache ich zu meinen. Zum Beispiel die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Das ist natürlich nicht Trumps Idee. Du hast am Anfang ja schon zitiert, es gibt diese International Christian Embassy Jerusalem. Und es hat 80 gegründet. Und die sagt, wir haben ein großes Ziel. Wir sind so eine One-Point-Organisation. Allen möglichst zu helfen, dass die Staaten der Welt ihre Botschaft nach Jerusalem verlegen. Wir machen da Druck. Wir treiben Lobbyarbeit. Wir helfen auch jüdische Immigrationen und so weiter. Die richtigen Juden natürlich. Und wir helfen Siedlern. Siedlern in der Westbank. Das ist so unser Punkt. Und Trumps Umsiedlung der Botschaft ist natürlich ein Wahlgeschenk. Wahlgeschenk an Evangelikale. Nichts anderes ist es. Einfach ein Deal. Da muss man jetzt aber sagen, also One-Point-Organisation. Das Ziel, dass alle möglichst ihre Botschaft in Jerusalem haben, ist ja vor allem eine Signalwirkung. Ja. Darum geht es. Genau. Dass Jerusalem auch wieder mehr und mehr das Zentrum. Die Hauptstadt des ungeteilten Israels wird. Und nicht da teilen. Also nicht den Osten Jerusalems, da irgendwelchen Palästinensern. Also das wäre ja die palästinensische Idee. Jerusalem ist unsere Hauptstadt. Ost-Jerusalem-Zentrum, aber so. Und alle Teilungspläne sagen dann, ja, Jerusalem vielleicht neutraler Status und so. Und das sind die radikalen Gegenpositionen. Jerusalem ungeteilt palästinensisch, israelisch. Da wüsste ich gerade auch nicht, wie man verhandeln kann. Aber das sind reale Probleme. Aber dieses Pro-Israelische, das kommt ja wirklich, also um das nochmal zusammenfasst zu sagen, allein aus dieser religiösen Lehre. Ja, genau. Das ist der Ausfluss von Dabi letztendlich. Im Grunde schon. Ohne Dabismus, ohne diese Brüderbewegungs-Esiatologie, ohne diese Sicht von Israel-Kirche, gäbe es das alles gar nicht. Und es gibt keine anderen als religiösen Gründe dafür, Israel zu unterstützen. Und darum israelische Verbrechen oder irgendwas, das ist am Ende des Tages alles egal. Also nicht völlig egal. Unterm Strich würdest du immer noch so sagen, ja, Gebote Gottes sind ganz wichtig. Aber entscheidend, wofür du stehst, ist es immer Israel. Und Palästinenser haben kein Recht an diesem Land. Da kannst du nicht mit Völkerrecht oder sonst, wie Mike Pompeo, Außenminister unter Trump, sagt, Völkerrecht ist keine Grundlage für Klärung Nahe Osten. Das gilt einfach nicht. Also Gott hat da einfach Dinge geklärt. Und wem das Land gehört, das hat Gott entschieden. Und das haben nicht wir zu entscheiden. Und wir setzen uns politisch dafür ein, dass Gottes Wille hier natürlich stattfindet. Und Hilfsargumente kannst du immer mal bringen für die UNO. Unterm Strich ist es aber Pille-Palle. Ist egal. Das ist eine verrückte Realität. Ist eine verrückte Realität und hat große Mehrheiten der US-Evangelikalen stark beeinflusst. Man muss jetzt sagen, gleichzeitig gab es eine irgendwie auch witzige Entwicklung, die im Buch vom Hammel sehr schön dargestellt werden. Der Dispensationalismus als theologisches System ist inzwischen kollabiert. Ist es so? Ist kollabiert. Er sagt das glasklar. Er sagt, das hat 70er Jahre, also überall so stark rein und alle haben das gelesen und alle waren davon überzeugt. Und dann hatten sie da Dallas Theological Seminary und ganz viele Einrichtungen. Und da haben viele dann versucht, wissenschaftlich jetzt so zu zeigen, dass es funktioniert. Und die haben Kopfschmerzen gekriegt und haben immer mehr Probleme entdeckt und also ganz schlicht Widersprüche. Systemwidersprüche. Diese Behauptung, wortwörtlich und symbolisch, das geht gar nicht auf. Und das haben die alles gemerkt. Und dann gab es im Zentrum der darbistischen Theologieproduktion eine neue Generation, die irgendwann gesagt hat, ja, wir sind super, wir sind gut unterwegs. Man muss sich manchmal ein bisschen auch entwickeln, auch da, wir haben ja hier und da. Und haben etwas entwickelt, man könnte es Progressive Dispensationalism nennen. Und Progressive hieß, also Progressive wollten eine Weiterentwicklung des Dispensationalismus und wollten ein paar schlimme Probleme verhindern. Das müssen wir im Detail jetzt gar nicht angucken. Aber die haben im Grunde zugegeben, wir haben ernste Probleme, wir müssen hier und da, wir müssen es exegetisch solider machen. Okay. So, und dann gab es aber das Problem, dass die einen gesagt haben, das ist kein Dispensationalismus, Verrat im Hause des Herrn, ihr seid der große Abfall. Ich habe es befürchtet. Und andere auf diesem Strang haben irgendwann gemerkt, wenn du anfängst zu dekonstruieren, ist so schwer, irgendwann mal zu sagen, jetzt habe ich genug dekonstruiert, kannst ja immer weiter. Und viele in dieser Tradition haben gemerkt, ehrlich gesagt, wenn man mal anfängt, ein paar Fäden anders zu justieren, das Ganze fliegt auseinander. Okay. Es implodiert. Und das ist eine große Entwicklung des US-Evangelikalismus, sagen wir mal von den 70ern bis den 90ern. Man kann sagen, als System implodiert der Dispensationalismus, er war nicht zu retten. Aber gleichzeitig blüht der doch auch in der Zeit. Ja, und Hammel nennt es den Pop-Dispensationalismus. Also Einzelergebnisse dieser Strömung sind Konsens, zum Beispiel pro Israel. So, was sich theologisch bei den Soliden durchsetzt, ist Neokalvinismus. Überall, also nämlich Southern Baptist. Es gibt ein Interview, Al Mola, der da sehr einflussreich ist, der geistert auch durch unsere Wort- und Fleischreihe. Der redet mit Hammel, er findet das Buch super. Und so hat du es recht. Als ich junger Fundamentalist und so weiter, ich war auch Dispensationalistisch, waren wir alle. Aber wir haben dann alle gemerkt, es funktioniert ja gar nicht, es hält nicht. Und kalvinistische Theologie, das ist viel stabiler. Also Tim Keller und Gospel Coalition, John Piper und all diese großen Neokalvinisten, die übernehmen im Grunde die, ich sag mal, theologische Leitkultur des US-Evangelikalismus. Die methodistischen und heiligungsbewegten Stränge werden rausgedrängt, weil zu links, so auf dem, da wirst du leicht zum Demokraten gar und bist für Sozialpolitik. Also das wird aussortiert. Pfingstbewegung geht ihre eigene Wege. So und hat sich nie an Systeme gebunden, sondern immer nur an Personen. Und der Dispensationalismus stirbt eigentlich als System. Er stirbt als solide, theologisch-rational-durchdachte Grundlage. Aber dispensationalistische Themen sind überall dabei. Pro-Israel, Kalvinisten waren nicht pro-Israel. Das ist unkalvinistisch. Auch dieses Endzeitding ist unkalvinistisch. Also ganz viel. Und das sind aber Dinge, die haben nicht mehr den Unterbau, die haben keine Exegese, die haben keine Bibel mehr hinter sich. Das sind aber Sachen, die Pfingstler und Kalvinisten irgendwie so beibehalten. Und vorhin genannte Namen, so die großen, Fongwell und Robertson und Dobson, die waren alle keine orthodoxen Dispensationalisten. Die haben zum Beispiel gesagt, ja und ehrlich gesagt, zwei Bünde glaube ich auch nicht, wenn man einen Juden bekehren kann, sollte man es machen. Die waren dann für Judenmissionen. Und für Dabi keine Judenmission. Das wäre ja krank. Machen wir nicht. Wir machen keine Judenmissionen. Natürlich nicht. Wir bekehren doch keine Juden. Das ist doch völliger Wahnsinn. Dann hast du das System nicht verstanden. Juden haben doch ihren Bund. Und sie sind doch das Volk Gottes auf Erde. Und du kannst doch einen Juden jetzt nicht bekehren, dass der Christ wird zum himmlischen Volk. Also der Dabismus ist darin innovativ, dass er für einen Israel-Bund steht, für einen eigenen. Die haben Heil für Israel. Nicht im christlichen Bund, sondern im jüdischen Bund. Es gibt moderne christliche Formen von Israel-Theologie. Die sind damit eigentlich auf dabistischer Linie keine Judenmissionen. Aber waren die ersten Christen nicht auch Juden? Ja, es war ja eine andere Dispensation. Du verstehst es ja. Ich merke, du findest es gefallen daran. Aber dass es diese Versatzstücke gibt, die es quasi überlebt haben, aber das Ganze nicht. Ist das nicht auch letztendlich ein bisschen der Zeit geschuldet? Ist es nicht einfach viel zu kompliziert? Und ständig die Bibel rauf und runter und hier nur eine Fußnote und da gucken. Also wer macht das denn? Ja, das war zu anspruchsvoll. Also richtig, Brüderbewegung ist am Ende für Supernerds. Und sie hatten ihren zeitgeschichtlichen Moment, wo sie 80% der Evangelikalen gekriegt haben und dann so viel Bibel lesen, das schaffen die meisten nicht. Und dann lieber mehr Musik oder so. Das ist der Punkt. Eine wichtige Wirkung, muss man glaube ich noch erzählen. Darbys Grundidee war ja, er zieht durch die USA und bewegt alle zum Kirchenaustritt und überall Versammlungen. Da haben die alle keinen Bock drauf. Weil das kommt denen irgendwie Spanisch vor oder Englisch oder sonst wie. Na, aber ein Einfluss, den du von Darby herleiten kannst, es entstehen immer mehr interdenominationelle Werke. Also Werke und Institutionen, die nicht mehr gebunden sind an eine Konfession, die nicht mehr reformiert, lutherisch, anglikanisch, methodistisch, sondern die einfach sagen, wir sind hier ein Ministry. Ministry, was weiß ich, für Botschaft aller Länder nach Jerusalem oder ein Ministry für, wir unterstützen Siedler oder Ministry für Traktate oder Ministry für Kreationismus. So und das ist interdenominationell und das wird in den USA eine Riesenmode, eine Welle. Und im Grunde muss man sagen, also es hat jetzt nicht Darby allein verursacht, aber es ist ein wesentlicher Einfluss, weil die von ihm beeinflussten Leute, die treten zwar nicht aus ihren Kirchen aus, aber die schrauben das Konfessionsbewusstsein immer weiter runter. In den USA stirbt der Konfessionalismus. Die Konfessionen, die sind noch da, aber es geht ihnen nicht gut. In den Konfessionen sind längst die Strömungen und das Lokale viel wichtiger. Und du hast nicht so das Gefühl, einmal Presbyterianer, immer Presbyterianer. Und Darby spielt da eine Rolle, wie immer du die einschätzt. Also dieses, die Konfessionen sind tot, es lebe die Ortsgemeinde. Das ist ein US-Trend. Also wenn man so will, kann man sagen, da ist Darby, also ist er mit Vater von, von diesem Riesentrend. Das scheint in Deutschland ja auch zu passieren. Ja. So, also die Leute gucken nicht mehr, ich bin Methodist für mein ganzes Leben, ich bin Baptist für mein ganzes Leben oder so. Ich gucke, welche Gemeinde vor Ort hilft mir meinem Glauben. Das ist schon längst vorbei, würde ich auch sagen. Aber spannend auch dann mit diesem Ding, also in den USA fand ich das auch immer sehr extrem, dass du einfach dann so ein Ding aufmachst. Also das ist ja so ein bisschen vielleicht das Brüdergemeindliche. Du sagst, du bist zwar Pastor dann auch, das wäre jetzt nicht Brüdergemeindlich, aber du sagst so, der Heilige Geist hat es mir aufs Herz gelegt, ich soll hier eine Kirche aufmachen und dann machst du deine Kirche auf. Und das so. Also das, dieses sehr Freie, losgelöst von irgendwelchen kirchlichen Strukturen, von, dass du in irgendwelchen größeren Bünden organisiert bist oder so. Das ist sehr stark. Und die wahren Gläubigen finden sich dann schon so und auch so dieses Bewusstsein, also das wird dann mehr Richtung evangelische Allianz und das ist ja für Dabi auch, also richtige Brüdergemeinden machen ja da auch nicht mit. Weil sie sagen würden, ihr lebt in Sünde, weil ihr eure Konfessionen nicht verlasst. Aber die darbistische Abstrahlung sorgt dafür, es wird immer egaler. Und wenn du heute guckst, was an neuen Kirchen, Konfessionen, Gruppen und Gemeinden entsteht, es sind ja irgendwie Löwe von Judagemeinde oder sonst wie. Also es ist auch komplett egal und keiner blickt mehr durch. Und auch, was du sonst so siehst, die Leute wissen null mehr von ihren Konfessionen. Konfessionskirchen gibt es ja wie die Selk oder so, die das ja hochhalten. Aber da läufst du aufwärts gegen den Wind. Da ist der Zeitgeist dir nicht freundlich. Und da war Dabi recht zeitgeistig, mindestens von der Wirkung, dass Konfessionalismus keine Zukunft hat. Ja, hui. Jetzt nehmen wir aber nochmal den christlichen Zionismus in Israel. Also wir haben jetzt eben beschrieben, das kommt zusammen. Aber es ist ja so ein bisschen eine seltsame Allianz. Ja. Weil, ich sag mal, der christliche Zionist, der möchte ja, dass der Tempel kommt und so weiter, weil das ist ja die Voraussetzung, dass dann irgendwann auch Jesus kommt. Ja. Und das wissen ja die Leute auch auf jüdischer Seite, die gerne in den Tempel bauen möchten, dass das irgendwie ja deren Intention ist. Aber das ist irgendwie egal, weil das lehnen sie ja eigentlich total ab. Ja, das ist egal. Und da musst du am Ende gucken, also wenn du nicht so viele Freunde hast, musst du irgendwann mit dem Wählerischein aufhören. Also das ist ein Ding. Und die Freundschaft zeigt sich auch vor allem in Geld, oder? Also natürlich fließen ja Milliarden, so an Unterstürzungen. Milliarden, wenn du Tourismus mitrechnest. Also sehr viele Israel-Freunde sind unterwegs so und gucken. Und das wird auch von der Regierung natürlich gefordert. Gefördert. Also Netanyahu, Benjamin Netanyahu. Und hier sind wir ja jetzt auch wirklich in einer Endentwicklung. Wie sich von Likud anfängt, von Begin über Sharon und Shamir, die die Rechte in Israel entwickelt hat. So und da ist er, wie er ist. Und er steht immer zur Verfügung für Treffen mit rechtschristlichen Freunden. Zitat von ihm. Israel hat keine besseren Freunde in der Welt als die christlichen Gemeinschaften. Okay. So und er besucht christliche Treffen in Jerusalem. Es gibt immer wieder große Konferenzen von Israel-Freunden, christlichen Israel-Freunden. Und das Verrückte bei denen ist ja, die sind pro Israel. Mit dem Judentum können sie nichts anfangen. Mit dem Judentum in ihren eigenen Ländern, mit der Synagoge. Haben die nichts zu tun. Die interessieren sich auch gar nicht für das Judentum. Für sie ist im Grunde Israel als Staat super interessant. Das ist für die Endzeit relevant. Alles Jüdische im engeren Sinn ist ja irgendwie auch falsch. Ist ja irgendwie auch Heresie. Wenn die bereit sind, den Tempel und so weiter, dann best friends. Aber Synagoge heute, gar Reformjuden, liberale Juden, linke Juden, also USA vielfach in Deutschland. Also abgefallene Juden. Ja, abgefallen. Und dieses ganze Dialog mit Judentum, dass du die in der Differenz anerkennst. Also der Mainstream-Weg, christlich-jüdischer Dialog, bedeutet ja wechselseitige Anerkennung in Differenz. Keine Missionierungsabsichten, sondern Austausch und Anerkennung. Unsere Religion, eure Religion. Wir lernen gemeinsam voneinander, aber bleiben wirklich auf unserem Weg und niemals würden wir euch bekehren wollen und so. Das finden die alle falsch. Die Altstabisten finden es falsch, weil Israel eine Mission hat, in die sie hineinwachsen muss. Und diese Pop-Dispensationalisten wollen natürlich, wenn es geht, Juden bekehren. Die rechnen ja sowieso damit, dass Juden sich irgendwann zu Jesus wenden. Und die, die damit jetzt anfangen, sind ja die besten Missionare für die Endzeit im eigentlichen Sinne. Aber würdest du wirklich sagen, sind wir jetzt überhaupt kein Interesse an jüdischen religiösen Riten, an den Festen? Das schon, oder? Doch schon. Da hat man ja teilweise auch wirklich so Sachen, dass man dann versucht, so sabbert und versucht, das so einzunehmen und feiert so ein bisschen auch so mit Schofarhorn und so. Also es gibt eine jüdische, eine Israel-Begeisterung pro Israel, die sich dann auch bei jüdischen Symbolen bedient und das irgendwie in den eigenen Glauben implementiert. Und das findet statt und das ist aber ja nicht das, wo die normalen Jüdinnen und Juden begeistert von sind. Wenn jüdische Symbole so Accessoires von christlichen Wohnzimmern werden, das finden die milde komisch und wünschen sich eigentlich lieber in der Differenz anerkannt zu werden, als gleichberechtigt, aber eben ohne Vereinnahmung oder sonst wie. Okay, aber man nimmt das jetzt nochmal aus so einer recht religiös-jüdischen Perspektive in Kauf, weil man halt einen Benefit hat. Man nimmt es in Kauf, weil die natürlich politisch total nützlich sind und Juden zu bekehren ist auch gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Und dann denken die unterm Strich jetzt für die Staatsstabilität ist es auch egal. Massen werden es nicht werden, dafür sind diese Christen auch ein bisschen zu crazy. Nein, man sieht das, glaube ich, pragmatisch und von den eigenen Zielen her betrachtet auch nachvollziehbar. Und umgekehrt, könnte man jetzt auch sagen, dass jetzt christliche Zionisten eigentlich, ja, haben die ein echtes Interesse an den Menschen? Also ist es so, also du beschreibst klar als Missionsobjekte okay. Man muss an der Stelle immer aufpassen und die Ideologie und die Menschen klar unterscheiden. Also es gibt ja Menschen, die Label christlich rechts und so. Also man darf das ruhig ganz neutral hören. Mir persönlich ist sehr, sehr klar, dass solche Menschen in vielen Fragen von Mitmenschlichkeit, Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft, Nächstenliebe und so wunderbare Leute sein können. So, es gibt Menschen, die sind wunderbar moralisch hochstehend, empathisch und so weiter. Und sie haben Gedanken, die ich politisch furchtbar finde und das sind halt zwei verschiedene Welten. Wie ja umgekehrt, gibt Leute mit fantastischen politischen Ideen, sind menschliche Arschlöcher. Da muss man, glaube ich, an jedem Punkt des politischen Spektrums mit klarkommen. Insofern würde ich nie sagen, dass christlich Gruppen, die ich schwierig finde, in jeder Hinsicht persönlich als Menschen moralisch fragwürdig sind. Das kann komplett auseinanderklaffen. Aber ideologische Cluster, um die geht es mir hier und die finde ich weltpolitisch dann natürlich sehr schwierig. Denn die Folge ist immer null Interesse an irgendeiner Form von Ausgleich mit Palästinensern oder arabischen Nachbarländern. Das ist dann völlig klar, die müssen einfach die Realitäten akzeptieren, brauchen da keinen Dialog, keine Verhandlungen, keine Kompromisse oder so. Keine Kompromisse mit Gottes Gaben, das will man da alles nicht. Ja, ja. Jetzt gibt es ja christliche Zionisten auch in Deutschland, nicht nur in den USA. Wenn wir nach Deutschland gucken und haben in Deutschland natürlich nochmal das ganze Thema NS-Zeit, Holocaust etc. Dann sind das ja schon Gruppen, die auch da eine gewisse Erinnerungskultur pflegen. Ja, und das ist sehr, sehr gemischt. Das kann man überhaupt nicht über einen Bogen jetzt spannen, was da so vertreten wird. Es gibt natürlich schon lange pro-zionistische oder sagen wir mal pro-israelische Gruppen. Gerade in Deutschland ist es interessanterweise so, dass die alte Tradition der Judenmission früh-philosemitische Anwandlung entwickelt hat. Und philosemitische. Philosemitische. So, Judenmission ist ja zum Beispiel heute EKD, geht gar nicht, ist unmöglich und so, ist ein bisschen mit dem Bann belegt. Historische Gerechtigkeit und auch menschliche Gerechtigkeit sollte einen dazu bewegen, einfach mal wahrzunehmen. Klassische Werke der Judenmission waren sehr viel weniger anfällig für Antisemitismus als alle anderen. Judenmissionsbewegte Gläubige in Deutschland haben versucht gegenzuhalten. Gegenzuhalten gegen antisemitische Exzesse. Und da ist schon eine Art echte Israel-Liebe wirklich entstanden. Wir stehen Entwicklungen vor Augen. Zum Beispiel Zürich, wo ich so aktuell bin. Da gab es so alte Vereinigungen pro-Judenmissionen. Und die haben nach dem Zweiten Weltkrieg lange Entwicklung gehabt, wo sie merkten, ja, wir kommen jetzt so christlich-jüdischer Dialog. Die haben umgeschaltet auf christlich-jüdischen Dialog. Daraus wurde dann ein christlich-jüdisches Lehrhaus in Zürich. Und irgendwann haben dann deren Kinder nochmal nachgedacht und gesagt, machen wir doch daraus Zentrum für interreligiöse Begegnung und Dialog und so. Kommt aber aus einer Judenmissions interessierten Gruppe. Und da muss man also wirklich da fair sein. Judenmissionen sind sehr vielfältig und komplex, sollte man nicht einseitig irgendwie problematisch darstellen. Es ist dann natürlich in Deutschland, teilweise auch in der Schweiz, ein gewisser Philosemitismus in viele christliche Kreise hineingekommen. Am Anfang ein bisschen paternalistisch. So die armen Juden, jetzt sind wir auch endlich mal ein bisschen netter. Mit der Zeit aber auch mit Dialogerfahrung und Austausch und echter Kenntnis. Da ist schon viel menschlich wertvolles, positives, gutes, was da so entstanden ist. Es wird immer dann schwierig, und das sagen ja Jüdinnen und Juden auch, wenn Menschen auf Juden irgendwie super positive Bilder projizieren. Also es hat mal eine Jüdin so im Interview gesagt, es gibt so Leute, da kommen manchmal Christen mit glasigen Augen und sagen, ich habe so eine Liebe für das Volk Israel, darf ich ihre Hand schütteln und ihnen Segen und Segen wünschen. Da sagt sie, das ist ihr unangenehm, hört doch auf, ich will normal Mensch unter Menschen oder so. Also dieses super pro Israel, da haben viele Israelis gar keinen Bock. Es sei denn, sie machen da Tourismus, verdienen Geld mit so Leuten oder so. Dann ist man freundlich und abends schüttelt man sich vielleicht ganz kurz. Nein, aber das finden die nicht geil. Ganz ehrlich, also diese super Liebe zu Israel und diese Liebe zu allen Juden, das ist irgendwie auch nicht normal. Und das findet keiner gut, denen es trifft irgendwie. Meine Erfahrung. Ja, ja, also definitiv so. Also Filosemizismus ist auch... Ja und es ist ja, du bleibst ja im Schema. Speziell, ne? Das ist ja wieder dieses Othering, so die werden so als was ganz Besonderes dargestellt. Und das Letzte, was du als Jude brauchst, ist dies, ja und ihr Juden, ihr kommt mit dem Geld auch immer so gut. Das ist das Letzte, was du brauchst, was positiv gewendete Klischees und Stereotypien sind. Und ihr erfindet so viel, Gott hat euch einen ganz anderen... Also wirklich da aufpassen. Gut gemeint ist längst nicht immer gut gemacht. Ja. Ich würde gern noch auch ausführen, dass es viele Evangelikale gibt, denen es auch gruselt angesichts des christlichen Zionismus. Den gruselt es auch. Den gruselt es auch. Tatsächlich. Also ein Buch, was man da mal kennen sollte, Stephen Sizer, Christian Zionism, Roadmap to Armageddon. Roadmap to Armageddon. Genau, ist das hier der Plan für Armageddon, also für den großen Endkrieg, die große Entscheidungsschlag. Das ist so der Punkt. Und das ist ein evangelikales Buch. In die Jesus eingreift, ne? Genau. Jesus wird alle seine Feinde vernichten und so in Armageddon. Und die Vorbereitung zum Krieg ist natürlich diese Schüren von Dualismus. Das Witzige mit Stephen Sizer ist, er sagt sofort im Vorwort, ich bin Schüler von John Stott. John Stott. John Stott, dem großen theologischen zentralen Denker der Lausanner Bewegung, 70er, 80er Jahre, sehr einflussreich. Und John Stott selbst gibt ein Endorsement ganz oben. Er schreibt, ich bin dankbar, das Buch von Stephen Sizer zu empfehlen. Es ist wunderbar in seinem Überblick und seine theologische Basis und die politischen Konsequenzen und so. Ich finde es absolut super und Stephens Buch hat mir selbst geholfen, das noch klarer zu verstehen. Also der findet es gut. Er findet es super. Und das Interessante ist, es ist ein antichristlicher Zionismusbuch. Da wundert man sich erst mal, wenn man denkt, Evangelikale sind das. Antichristlicher Zionismus. Ja, er sagt, es ist schlimm. Es ist schlimm sogar. Es ist schlimm. Es ist eine richtige Irrlehre. So, er fasst es zusammen. Ich finde, er fasst es fair und gut zusammen. Bisschen kritisch, aber auch völlig normal und so. Und er sagt, was ist deren Punkt? Israel ist Gottes erwähltes Volk. Wir müssen sie segnen. Wir müssen nicht nur Juden unterstützen, sondern den Staat Israel. Das ganze Land gehört dem jüdischen Volk. Jerusalem ist die ewig unteilbare Hauptstadt. Der dritte Tempel muss errichtet werden, Felsentom gesprengt. Alles läuft auf einen apokalyptischen Krieg hinaus. Und jeder Einsatz für einen Frieden zwischen Juden und Moslems ist Aufruhr gegen Gott. Wir haben das ja selbst rekonstruiert. Er beschreibt das sehr schön. Aber das ist ja nochmal prägnanter. Es ist sogar nicht nur vergeblich, dass du dich da engagierst. Es ist ein Wirken gegen Gott. Es ist gegen Gott. Ein Aufliegen gegen Gott. Genau. Dieser ganze Friedensprozess ist gegen Gott. Und Sizer sagt, also lass uns das mal ganz normal, erstmal biblisch exegetisch anschauen. Wahnsinnig viel Fake. Es haut nicht hin. Dieser Versuch, die Bibel so zu lesen, als würde sie 20. und 21. Jahrhundert vorhersagen und beschreiben. Keine normale Exegese der Welt führt dich dahin. Es ist Fantasy. Es ist nicht biblisch. Thorsten, jetzt langsam, 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 das sind ja, hier bricht ja gerade alles zusammen. Ja, hier bricht alles zusammen. Also er sagt, wenn du in die Bibel guckst und dann aus dem Fenster im 21. Jahrhundert, in dem wir leben, und versuchst das zusammenzubringen, dann machst du was falsch. Ja, alles. Alles sogar. Ja, also da ist er ganz sicher, dass die alttestamentlichen Propheten keine Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts beschreiben. So, sie haben nichts davon auf dem Schirm. Sie haben nicht die Reformation auf dem Schirm und nicht die Aufklärung, nicht die Industrialisierung. Schwerter zu Flugscharen. Sie haben keinen zweiten Weltkrieg und sie haben erst recht nicht irgendwelche Palästinenser. Sie haben den Islam nicht auf dem Schirm. Es gibt keinen Islam in der Bibel. Aber Thorsten, warum ist er sich da so sicher? Weil es gibt ja in der Bibel schon diese Geschichte, dass du sagst, es gibt Verheißungen oder es gibt Prophetien oder so. Das gibt es ja schon. Das gibt es schon. Und er steht in einer kalvinistisch-anglikanischen Tradition und sagt, wie hat man denn im Neuen Testament das Alte Testament gelesen? So als prophetisches Buch auf Christus hin. So und alle Verheißungen sind in Christus erfüllt. Es gibt Heilsverheißungen Gottes, die sind alle in Christus erfüllt. Es gibt Gerichtsverheißungen, die erfüllen sich am Kreuz. So und auch im jüngsten Gericht und so. Also global stimmt es. Es gibt aber keinen Überhang in der Bibel von unabgegoltenen Vorhersagen der Zukunft. Nirgendwo im Neuen Testament wird auch nur ansatzweise so getan, als gäbe es noch 396 Weissagungen im Alten Testament, auf deren wortwörtliche Erfüllung wir warten müssten. Überall ist klar, alle Verheißungen, alle Prophetie führt hin zu Jesus. Er ist Gottes Ja auf alle Verheißungen. Ist das so? Bist du ja nichts mehr offen, Thorsten? Also. Denken wir mal nach. Ja, wir könnten nochmal drüber nachdenken, was wir denken. Ich würde jetzt mal Sizer referieren mit Stotts Unterstützung. Der wird sagen, doch, das ist so. Also das, was du jetzt noch offen sagen kannst, ist das zweite Komm Jesu und neuer Himmel, neue Erde. So, das ist offen, aber irgendwelche Weltereignisse zwischen dem absoluten Ende und der Auferstehung Jesu ist halt nicht so. Das ist die Position und er sagt, wenn man das so macht, muss man im Grunde sich eingestehen, von jeder christlichen Ethik her ist christlicher Zionismus eine Katastrophe. Es ist einfach destruktiv, weil es völlig offensichtlich Israelis und Araber nicht gleichberechtigt als Menschen sieht. Es ist gegen jede christliche Ethik so zu tun, als hätte eine Menschengruppe alles Recht auf ein Land und eine andere Gruppe kein Recht auf dieses Land. Es gelten keine Prinzipien der Gerechtigkeit. Es findet kein ernsthaftes Suchen nach Frieden und Verständigung statt. Alles, was christliche Ethik ausmacht, im ganz vernünftigen Sinne, nicht in irgendeinem Schwärmerischen, sondern Verhandeln, Frieden suchen, gerechte Lösungen, Ausgleich, Menschenrechte, Menschenwürde. All das wird ja getoppt durch eine extrem national rassistisch einseitige Positionierung für die haben immer Recht, die haben keine Rechte. Und er sagt, es ist gegen alle Gerechtigkeit, es ist friedensunfähig, es ist höchst problematisch, es produziert Feindbilder und dieses System, die Evangelikalen sollten sich da bloß von los sagen, es ist ganz furchtbar schädlich. Das ist seine Position. Also er sagt, lass uns da aussteigen. Ja. Und wann sagt er das, Thorsten? Das ist von 2004. Ja. Mal kurz gucken, ist das die erste oder einzige Auflage? Nee, 2004. Also John Stott lebt noch und ist so ein bisschen senior, es geht ihm gut. Und John Stott eine Größe? Er ist eine absolute Größe gewesen, genau. So, aber trotzdem hat das ja jetzt vielleicht nicht den Durchschlagen hervorgehabt. Naja, und da musst du jetzt genau hingucken, also wenn du Lausanner Bewegung dir anschaust. Lausanner Bewegung ist ja an der Stelle also ziemlich klar, in Manila zum Beispiel, gehen sie implizit darauf ein, Manila 1989 heißt das, es wird manchmal behauptet, dass aufgrund des Bundesgottes mit Abraham Juden Jesus nicht als ihren Messias anerkennen müssen. Wir bekräftigen, dass sie ihn wie jeder andere auch brauchen. Es wäre eine Form des Antisemitismus, wie auch der Untreue gegenüber Christus, von dem neutestamentlichen Muster abzuweichen, das Evangelium den Juden zuerst zu bringen. Wir verwerfen darum die Behauptung, dass die Juden ihren eigenen Bund haben, der den Glauben an Jesus unnötig macht. Ich persönlich finde das jetzt schlimm und traurig, dass das da so steht, finde ich schlimm, weil christlich-jüdischer Dialog führt ja in eine andere Richtung der Großgirchen. Das ist aber auch antidabistisch. Das ist gegen zwei Bünde, das ist radikal gegen Dabi, da steckt das drin, das ist für Juden Mission so und es macht die Juden eben ja zu irgendwie, zu einem ganz normalen Heidenvolk, sie haben keinen Vorrang mehr. Aber es passt doch ein bisschen zu diesem christlichen Zionismus, den wir eben am Ende hatten, dieser Pop. Der Pop des besten Nationalismus, der kommt damit klar, darum haben sie auch eine Mehrheit gekriegt. Und insofern würde ich sagen, also die Lausanner Spur ist frei von irgendeiner Israel-Theologie im Sinne des christlichen Zionismus. Dass manche da nicht mitmachen, ist ja schon eine gute Nachricht. Leider ist Lausanne auch quasi noch nicht am Start im christlich-jüdischen Dialog. Es hat keinen positiven Begriff vom Judentum. Auch die Kapstadt-Verpflichtung. Auch hier Kapstadt-Verpflichtung 2010, schreiben sie nochmal, zwischen Juden und Heiden gibt es weder einen Unterschied bei der Sünde noch bei der Errettung. Nur im und durch das Kreuz können beide zu Gott, dem Vater, kommen. Auch das ist Absage, wenn man so will, an Dabismus. Aber auch Absage natürlich an die kirchliche Israel-Theologie, die ja jetzt doch wirklich auch dogmatisch sagt, bleibende Erwählung Israels. Wir kennen an, der Erste Bund ist ungekündigt. So, da ist Kapstadt und Manila auf eine Linie. Ich finde so eine der spannenden Fragen, wie Lausanne sich hier entwickeln wird. Also ich würde Ihnen sehr gönnen, hier echt mal Ihre Judentumshaltung anzugucken. Ich finde sie schlimm. Und andererseits beruhigt es mich ein bisschen auch, dass auch christlicher Zionismus in Lausanne keinen Stich hat. Das bisschen Traurige ist ja, dass Lausanne, es war mal die Mitte der evangelikalen Welt, ich fürchte, es ist so an eine Art progressiven Rand gedrückt worden, weil die weltweiten Entwicklung einfach nicht mehr so ausgewogen und stabil, wie es Tod überhaupt menschenfreundliche Grundsubstanz haben. Das ist ja so ein bisschen das Traurige, was man heutzutage sieht. Ja. Ja, okay. Aber warten wir es ab. Wir warten es ab, Thorsten. Jetzt habe ich nochmal ein bisschen Widerspruch. Ja. Also du hast ja eben so ein bisschen auch den Abgesang auf den klassischen Dispensationalismus gerichtet. Ja. Der ist irgendwie vorbei, sagst du? Du hast da mehr Hoffnung, ne? Ich habe keine Hoffnung, ich gucke ja auch mal nach hier und da und ich bin jetzt über einen Schweizer Menschen gestolpert, Roger Liby, kennst du wahrscheinlich, der hat jetzt aktuell Vortragstitel, wie zum Beispiel Krieg in Gaza, die Bedeutung des aktuellen Geschehens im Licht der Bibel. Also man merkt es schon am Titel, es geht ihn darum, in die Weltpolitik, ins Weltgeschehen zu schauen und dann zu sagen, okay, was ist da eigentlich wirklich los, da muss ich in die Bibel gucken. Und das macht er auch. Und er macht im Prinzip genau das, was du gerade zitiert hast, er macht das Gegenteil. Also er sagt, jawohl, im Alten Testament finde ich einiges an Prophezeiung, es ist voll davon. Es ist alles zig Sachen, die noch nicht erfüllt sind und erklärt zum Beispiel, dass die Staatsgründung Israels, an die sich dann 1948 der Krieg gegen die arabischen Nachbarn anschließt, dass der in Psalm 83 hervorgesagt ist. Ja, du lächelst jetzt, ich weiß nicht warum. Vielleicht bist du überrascht, dass im Psalm eine Vorhersage ist. Dazu sagt er aber ganz klar, man bringt jetzt das Buch der Psalmen nicht direkt mit Vorhersagen in Verbindung, aber wenn man genau guckt, sind die Psalmen ein prophetisches Buch. Und Vers 5, Psalm 83, sie sprechen, kommt und lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde der Name Israel. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen, sie haben ein Bund gegen dich geschlossen, die Zelte Edoms und die Ismailita, Moab und die Hagerita, Gebal und Amon und Amlek, Philister samt den Bewohnern von Tyrus, auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. So, und dann sagt er, guck mal hier, Arabische Liga hat sich gegründet, 45, große Aktion, Israel 48, wir greifen alle an und dann kann er dir genau sagen, dass diese Völker und Städte, Orte, die da genannt werden, sind letztendlich in der Arabischen Liga aufgegangen und die greifen jetzt an und so erfüllt sich hier Prophezeiung aus Psalm 83. Und das ist jetzt, ich habe das ein bisschen breit zitiert, Thorsten, weil das ist jetzt was, wenn du guckst, das wird geklickt. Ja. Also der Mann hat damit 300.000 und mehr Klicks, um jetzt auch ich vorwägen. Von daher, die These von dir, der Dispensationalismus ist jetzt komplett weg vom Fenster. Das war nicht ganz die These, sondern er wird an in irgendeiner Weise höheren Ausbildungseinrichtungen nicht mehr gehandhabt als das verbindliche System, was irgendwie trägt. So, und das ist ja ein Prozess, der in den USA, also bei den Ausbildungsstätten stattgefunden hat, würde ich jetzt mal sagen. So, das da ist ja nicht mehr. So, er selbst kommt ja aus einer arabistischen Tradition. Also er selbst sagt ja, in der Brüderbewegung habe ich die Liebe zur Bibel kennengelernt. So, und Brüderbewegung, die Grenzen sind ja immer flüssig. Ja. Geht ja gar nicht anders. Du hast so bestimmte, also so Leute wie Wolfgang Bühne, die sind quasi Instanzen, an denen man inoffiziell schon festmacht, ob man dabei ist oder nicht. Aber darf man eigentlich kaum sagen. Also eigentlich ist es falsch. Eigentlich macht man es natürlich nicht, weil der Heilige Geist und die Schrift allein und so. Und es gibt natürlich Oberbrüder und Superbrüder, deren Stimme wirklich viel Respekt genießt. Und du kannst aber jederzeit in diesem Feld dich als Freestyle-Bruder bewegen. Und ich würde Libby in diesem Sinne als Freestyle-Bruder sehen, der aber weit in die evangelikale Bewegung hinein natürlich Aufmerksamkeit genießt, weil er klug ist, weil er eloquent ist. Und gerade so Brüder bewegte Menschen, die nicht zu orthodox dem System von früher treu bleiben, sind breitevangelikal sehr anschlussfähig. Und so nehmen wir ICF Zürich. Das ist ja irgendwie neocharismatisch modern in der Form oder so. Die haben ja auch Endzeit noch und noch. Und das finde ich Pop-Dispensationalismus. Also es geht um das wohlige Gefühl grausigen Gruselns angesichts von Dingen, die du endzeitlich deuten kannst. Und dann zitierst du mal irgendwas von der Hamas und so. Und dann kannst du immer sagen, das, was jetzt in Israel passiert, Gott ist am Werk und es ist Endzeit und es ist Niedergang. So und es wird nie detailliert oder konkret oder irgendwie was mal so aufgesonnen. Es reichen eigentlich immer die gefühlsstarken Punkte, die du da herausgreifst, so dass du irgendwie das Gefühl hast, ja es ist wirklich Endzeit, Jesus kommt bald. So und dafür brauchst du kein System und dafür musst du keine große Bibelexegese oder so. Da reicht eben so ein willkürliches Rufen, Zitieren, Gefühle, Pushen oder so. Damit kommst du in der Evangelikalen weit und Pop-Dispensationalistische Dinge. Das ganze Endzeitdenken, das ist ihr Ding, das ist ihr Geschenk an die Evangelikalen. Ich fürchte, das könnte noch mehrheitsfähig sein, oder? Also mir fehlen da Zahlen, Überblicke. Ja, keiner hat sie. Ich sag mal, ich hab jetzt nicht den Eindruck, dass es etwas ist, was einfach weg ist. Nee, nee, das ist schon da und es ist auch da, wo es früher nicht war. Also in pfingstkirchlichen Kreisen war es ja früher ganz anders unterwegs. Und die haben aber irgendwie auch ihre postmillenianische Hoffnung, dass sie jetzt weltweit super positiven Einfluss haben, manchmal auch stark zurückgeschraubt zugunsten so eines Bewusstseins, Endzeit kommt. Endzeit kommt, der große Abfall, Niedergang, es werden nur wenige Gläubige und so. Also hab ich Leute vor Augen, wo ich immer denke, ja, wenn man sich nicht auskennt, kann man halt umso fröhlicher erzählen. Es passt alles nicht zusammen. Es ist eine Mischung, die eigentlich unvereinbar sind. Aber wenn es sich gut anfühlt, fürchte, das ist ein evangelikales Ding. Irgendwann hat man Wahrheit durch Wirksamkeit, nicht ganz ersetzt, aber stark, also Wirksamkeit. Also es fühlt sich gut an, es macht Leuten Angst, es motiviert. Da kommen wir nicht mit Wahrheit, da kommen jetzt nicht mit Griechisch und Hebräisch und kommen da nicht mit Kirchengeschichte und erzählen mir nicht, wo das her ist. Wenn es sich gut anfühlt, wenn es wirkt, wenn es Leute ernst macht und motiviert, Angst oder Freude oder so, das ist die Wahrheit, die wir meinen. Das ist weh. Wir wollen nicht analysieren und das historisch und systematisch ableiten. Das interessiert uns gar nicht. Das ist irgendwie Theologie, gruselig und so. Und ja, so ist es. Wenn du auf Wirksamkeit schwörst, dann ist natürlich egal. Dann kannst du gut mixen die Dinge. Und da ist viel Darbismus eingeflossen. Das ist wirksam. Endzeitangst ist offenbar für viele nützlich. Ist ein nützliches Gefühl, was vielen irgendwie gut tut, weil es Orientierung schafft, dass alles bald vorbei ist und Jesus kommt und man sehr motiviert bei der Sache ist. Ja, und du hast jetzt ja eigentlich mit der Tatsache, dass es einen jüdischen Staat gibt in Israel, da wo er auch früher war sozusagen, hast du jetzt natürlich ein riesiges Geschenk. Ja. Weil die Bibel ist ja voll von Geschichten, die in diesem Land, um dieses Land spielen, auch von Verlust und Wiederkehr. Das heißt, du findest ja eigentlich jetzt relativ schnell immer Anschlusspunkte problemlos. Das ist so, das ist der große Trumpf, dass man sagt, keiner hat geglaubt früher, dass Israel, es ist vor aller Augen, wer hat es vorhergesagt. Ja, einige Bibellehrer haben es in der Bibel gefunden. Und so ist es eigentlich immer und überall in allen Fragen. Dann ist es so. Die Fakten sind auf dem Tisch. Ja, die Fakten liegen auf dem Tisch. Genau. Thorsten, das war auch wieder ein wilder Ritt. Ich bin gespannt, wo er es noch hinführt. Ja, und wir lösen jetzt nicht noch schnell den Austkonflikt. Also da sind wir mit Furcht und Zittern, Schmerz und Mitgefühl dabei. Und was ich so sagen würde, christlich wäre immer das, wo du für alle Menschen denkst. Wo du Frieden und Gerechtigkeit für alle beibehältst und wo Menschen miteinander reden und gemeinsam Frieden suchen. Das wäre so eine Spur. Aber die Lösung ist keine Theorie und keine Prophetie. Die Lösung ist miteinander arbeiten, reden und so. Und christlicher Zionismus bereitet dich darauf null vor. So über Konfessions- und Religionsgrenzen hinweg Frieden zu suchen, Dialog zu führen. Nachfolge Jesu eben nicht mit der Faust, sondern mit offenen Ohren und im Zuhören und im Gespräch. Und es ist so schade, dass du aus Jesus etwas machst, was nicht dialogfähig, nicht friedensfähig, nicht gerechtigkeitsorientiert ist, sondern irgendwie sich super mit Militär und Gewalt und dem Mythos der erlösenden Gewalt versteht. Das ist nicht das, was ich bei Jesus so finde. Aber eine mächtige Form von Christentum hält es lieber mit Macht und Gewalt und Eindeutigkeit als mit der Suche nach dem Frieden, auch mit Furcht und Zittern und Dringen um den nächstmöglichen Schritt, der allen dient. Und ja, toll, Thorsten, bin ich absolut dabei. Und was mir dabei jetzt nochmal eingefallen ist, was ich auch sehr befremdlich finde, um da jetzt mal drüber zu reden, ist dieses Systemische, was ja letztendlich auch Gott in so einen Determinismus packt. Es muss jetzt so passieren, das müssen wir so machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Jona-Geschichte nimmt, wo Gott auch sagt, ich werde jetzt diese Stadt vernichten und dann ist Jona da und dann passiert es doch nicht. Also sowas preist ja so ein christlicher Zionismus null ein. Da ist ja klar, die Geschichte muss so kommen, es steht so da, anders geht es nicht. Aber Gott könnte jetzt eigentlich gar nicht mehr souverän sagen, ich mache es jetzt doch anders. Nee, es ist ja im Dabismus ist auch quasi sehr viel vorhergesetzt und es ist sehr wenig Freiheit, sehr wenig Spielraum und so. Das muss man auch alles theologisch zu Ende rechnen, aber das macht ja schon kaum einer mehr. Ich fürchte, dieser Pop-Dispensationalismus, also dieser Gebrauch von einzelnen Versatzstücken, ohne dass man nach Sinn, Logik, Verstand oder gar Exegese und Theologie fragt, das ist für unser Zeitalter entscheidend. Damit kannst du polarisieren und mobilisieren und das bringt schnelle Erfolge. Langfristig Gutes wächst in anderer Geschwindigkeit. Da bin ich leider alte Schule, da bin ich lieber für langfristig solide Verantwortung übernehmen. Das kannst du mit christlichem Zionismus leider nicht. Das ist so. Aber Thorsten, mit deinem Koffer voller Bücher, bist du auch ein bisschen out of time. Ja, für ein paar Podcast betreiben reicht es doch. Nein, aber ich hoffe ja schon auch, dass Gott mit dieser Welt nicht fertig ist und glaube tatsächlich, dass Gott immer wieder auch Chancen und Aufbrüche und Augenblicke des Friedens und der Gerechtigkeit uns zuspielt und dass Gutes wächst, halt nicht so determiniert, nicht so planbar, nicht so eindeutig, sondern auf anstrengenderen Wegen, aber Wegen, auf denen du auch als Mensch reifst im Dialog und im Miteinander. Und das macht auch viel mehr Freude, ehrlich gesagt. Die Welt wird viel bunter. Du blickst auch eigentlich nicht so durch, aber das Aushalten lernen, finde ich christlich zumutbar, ganz ehrlich. Amen, Halleluja. Bis bald. Bis bald. Bis bald.